Dann kann ich nochmal hier auf Rekord drücken, top. Also, jetzt aber. Hallo und willkommen zum Fragen-Stream hier bei Twitch. Mein Name ist André Vogt, ich rede seit 20 Jahren über Basketball, nicht nur hier bei Twitch, sondern auch im Podcast namens Cut Next. Das seht ihr da oben im Fernsehen, also im Streaming-Dienst, kommentiere ich auch Basketball-Spiele. Ich habe einen Podcast namens Hall of Game jetzt auch gestartet, mein Kollegen Len Werler und Ole Frerx. Da habt ihr heute vielleicht die neueste Folge von Magic Johnson entweder schon gehört oder verpasst, oder ihr habt sie in der Queue. Das Ganze gesponsert von Manscaped hier. Ihr wisst, was die machen. Besten Rasierer, die ich so kenne, die das heute geschafft haben und das. Und das, aber da gucken wir jetzt nicht hin. In diesem Sinne, wenn ihr da kurz einkaufen wollt, Kollegen, checkt uns bestimmt gleich in den Chat rein. Next 2 und 0, also Next 2 und 0, kriegt ihr bei Manscaped.com auch fett 20% Rabatt. Free Shipping, könnt alles zurückgehen nach 30 Tagen. Whatever. Kommen wir jetzt noch mal zu dem Prozedere. Ich stelle eure Fragen, ich beantworte alle nacheinander weg. Wenn ich eure Frage übersehen habe, einmal noch mal stellen ruhig, aber in der Regel kriege ich alles mit. 3, 4, 5 Mal stellen müsst ihr es im Endeffekt nicht. Ja, und wenn ihr denkt, halt da, hier auf Twitch, richtig gut, da würde ich ganz gerne mal followen. Klar, könnt ihr gerne machen, machen schon über 5.400 Leute. Wenn ihr sagt, ich würde gerne zu den ganz, ganz wenigen Exklusiven gehören, die hier Abos da lassen, glaube ich, momentan 130. Könnte ich auch gerne tun, nur ich bedanke mich halt während des Streams nicht immer, weil das dann auch als Podcast hochgeladen wird und dann beschweren sich die Leute da und ich will irgendwie alle glücklich machen. Fangen wir an mit der ersten Frage. Und das ist direkt ein Hammer. Ein ziemlich großer Hammer auch, weil das ist das Wort da oben, aber gehen wir hier unten runter. Also, was sagst du zu den neuesten Aussagen von James Harden, dass er offen für einen Teamwechsel ist? Was will Harden diese Aussage zu diesem Zeitpunkt bezwecken? Denkst du, er ist unzufrieden bei dem Netz? Da wird er mit den Sechsen, mit den Seven Sixers wahrscheinlich, in Verbindung gebracht. Denkst du, es könnte zu einem Trade kommen oder zu einem Sine-A-Trade im Sommer, der Harden noch nicht verlängert hat bei dem Netz? Ja, das war wirklich ein bisschen überraschend. Ich glaube, Mark Stein, geschätzter Kollege, früher ja in Dallas gewesen, jetzt bei Dallas Morning News, dann ESPN, jetzt in New York Times darüber geschrieben und das ist schon einigermaßen erstaunlich und genau wie der Ronny es hier in die Frage schon geschrieben hat. Die finanzielle Situation ist so, James Harden kann im kommenden Sommer Free Agent werden. Ich kann es auch nochmal zeigen. Das ist immer besser, als wenn ich einfach irgendwas erzähle. Und kann man das hier gut sehen? Ich scroll mal weiter rein. So, da seht ihr es wahrscheinlich. Also, ihr seht, der Harden hat eine Spieleroption für das kommende Jahr. Sprich, er kann 47,4 Millionen Dollar bekommen für nächstes Jahr oder er kann sagen, nee, ich will Free Agent sein, ich will neu, ich entscheidend orientieren, whatever ist, I'm restricted, kann er machen. Was er will, er hat das vergangenes Jahr ja auch die angebotene Verlängerung abgelehnt, um sich halt da die Tür offen zu halten. Ihr seht auch, dass Kyrie Irving noch das gleiche bevorsteht, Paddy Mills auch. Nur Kevin Durant, der hat schon verlängert, den seht ihr ja, der ist langfristig für ein gutes Salär gebunden. Fragt sich aber, okay, Sixers, das ist natürlich so eine Station, die macht irgendwie Sinn, denn sein ehemaliger General Manager, den man geglaubt hat, in Houston bei den Rockets hat er nochmals geholt, der per Trade aus Oklahoma City. Das ist natürlich Darren Murray und der ist jetzt bei den Sixers. Der wollte vergangenes Jahr schon verpflichten, hat sich ein bisschen verpokert oder man wollte ihn auch nicht von Houston aus zu ihm da abgeben und der hätte ihn vielleicht ganz gerne im Team, weil er denkt, ja gut, neben Joel Embiid, einer wie James Harden, das passt ja perfekt. Der eine kann für den anderen so ein bisschen offensiv die Kohlen aus dem Feuer holen und auf der anderen Seite kann er das defensiv für den anderen. Fragt sich halt, ist das finanziell realistisch und auch da kann man nochmal rüber gucken nochmal hier zu den Sixers. Ich suche es gerade mal raus. Da sind wir. Und auch wie schon in der Frage stand, das ist ein bisschen schwierig. Ihr seht da oben eine Total Cap Allocation, das bedeutet, wie viel Geld geben die jetzt aus und wie viel steht, wie viel Geld geben sie laut Celery Cap-Tabelle aus. Dieses Jahr 141,6,7 Millionen, heißt immer weit über den Cap, 12,114 sollten es die nächsten beiden Jahre sein. Hier sind wir schon bei 150 Millionen, also nochmal teurer nächstes Jahr, bevor es jetzt runtergeht. Und wenn ihr euch jetzt hier anschaut, das Einzige, was man jetzt machen könnte, so von alleine, wäre es auch hier auf Danny Green deine 10 Millionen, das ist nicht garantiert. Das schmelzen wir jetzt mal vom Cap ab. Ja, okay, aber 150 Millionen, die man eh ausgibt, bringt es halt nicht viel. Und ihr seht auch hier oben die drei großen Kostenpunkte mit dem Harris als Topverdiener, Simmons, Embiid. Die beiden würde man gerne loswerden da oben, Harrison und Simmons, das wisst ihr auch, wird nicht leicht sein. Vor dem Hintergrund, dass man jetzt eventuell für James Harden Platz machen würde, macht es ja auch Sinn, beide loszuwerden. Fakt ist, es ist nicht leicht. Und Fakt ist aber auch, wenn du mit den dreien auf den Büchern den nächsten Sommer gehst oder mit einem Äquivalent, im Fall von Ben Simmons, jetzt vielleicht zwei Spieler, die beide um den Vergleich verdienen, dann bist du sowohl, dem Salary Cap, zum Beispiel musst du dann einen Trade für James Harden machen, einen Sign-A-Trade, das ist aber laut Liga-Statuten nicht ganz so leicht, so Hard-Capt etc., da würde ich euch gar nicht mitnehmen in dieser Diskussion, das ist jedenfalls nicht leicht. Und Platz im Salary Cap freizuschaufeln für ihn, das ist auch nicht leicht. Dafür muss halt hier was passieren. Also das heißt, du musst, wenn du nicht einen Sign-A-Trade machst, sowohl in das Cap gehen, dass du halt Platz hast für einen Maximalvertrag, also für diese 35, 40 Millionen, du hast gar nicht im Kopf, wie viel Harden da verdienen kann. Oder noch mehr wahrscheinlich sogar. Von daher, ja, da brauchst du ganz schöne Kaderumbauten und es muss auf jeden Fall, ich würde sagen, es muss beide treffen oder halt einen von beiden wirklich weg, ohne Gegenleistung, plus noch ein paar Spiele von hier. Und das finde ich unrealistisch, schwer und ich würde jetzt keinen Weg einfallen, wie das funktioniert. Da haben wir auch schon andere Sachen gesehen. Aber kommen wir zurück zu Hahn. Warum sagt ihr das? Das ist eine gute Frage. Mark Stein schreibt, dass es in der Liga wohl mehr wie ein offenes Geheimnis ist, dass es da eine Offenheit gibt von ihm gegenüber eines Wechsels. Und sich fragt, aber was genau willst du denn eigentlich, wenn du spielst mit Kevin Durant, du bist verletzt, eigentlich mit Kai Irving, gut, nicht immer dabei. Jetzt zusammen, du hast eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Coach und Steve Nash, du bist in New York City. Der Besitzer liest euch irgendwie alle Wünsche von den Augen ab. Also warum genau, du wolltest ja unbedingt da hin per Trade, warum jetzt wieder weg? Und da muss man eigentlich sagen, da können wir ja nicht, können wir nicht vor den Kopf gucken oder nicht reingucken. Vor den Kopf gucken können wir natürlich. Also ist er vielleicht, will er sein eigenes Team wieder haben. Sagt er sich, hier in New York so zu leben, das kann ich irgendwie dann doch nicht. Sagt er, Kevin Durant, ich weiß auch nicht, was er auf Twitter die ganze Zeit da macht, da habe ich keine Lust mehr drauf. Kai Irving ist mal da, mal nicht da. Irgendwie, das gefällt mir auch nicht so ganz. Keine Ahnung, woran es liegt. Das können wir, glaube ich, auch alle nicht wahrscheinlich mehr im Spotlight stehen. Weiß ich auch nicht. Ich meine, das ist ja die Frage. Eigentlich würde man ja denken, wenn ich jetzt in dem Alter bin, wo James Harden ist und ich habe schon so viel erlebt und ich bin so oft gescheitert in den Finals 2012, dann natürlich in Houston immer wieder an den Warriors gescheitert, dass er vielleicht denkt, okay, jetzt gehe ich nach Brooklyn, weil ich Meister werden will, weil ich verstehe, dass ich jetzt, wenn ich das schaffen will, diesen großen Traum, wenn das denn sein großer Traum ist, die Meisterschaft, wenn ich den halt erreichen will, dann muss ich halt am Ende des Tages Opfer bringen und kann nicht so spielen, wie ich das in Houston konnte. Vielleicht will er auch wieder so spielen, vielleicht ist das das, was ihn erfüllt und gar nicht so sehr die Meisterschaft oder denkt, hey, ich war am nächsten dran, Meister zu werden, als ich so Buffsburg gespielt habe. Das wissen wir alles nicht. Fakt ist, helfen tut das der ganzen Situation in Brooklyn natürlich nicht und ich glaube nicht, dass da jetzt ein riesen Pass aufgemacht wird die nächsten Wochen, wenn ich ehrlich bin. Klar wird man ihn fragen, aber ich denke, dann wird er öffentlich zumindest sagen, weiß ich nicht, alles Gerüchte, kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gesagt, keine Ahnung, wo das alles herkommt. Ja, genau, so in Brooklyn denke ich auch, ist die beste Chance für ihn Meister zu werden, so ein Fit jetzt mit Embiid, vor allem wenn man überlegt, was alles dafür dann quasi geändert werden muss noch um ihn rum. Das sind so viele Variablen. Ich bin gespannt. Also auf jeden Fall, ich finde es so ähnlich wie damals bei Kamala Anthony mit der Sache, als er nach New York wollte. Oder als er wollte das ein und dann als er noch den Vertrag unterschrieben hat danach. Und man wusste, zumindest als er dann Free Agent wurde, okay, wenn die Entscheidung Pro nix trifft, ist das eine Entscheidung für die Franchise, für, wie soll ich das sagen, für den Lebensstil da, für alles, was drumrum ist, aber gegen die Chance Meister zu werden. Und das ist auch okay, das ist eine Entscheidung, die kann jeder für sich selber treffen, gar keine Frage. Aber so ähnlich, glaube ich, sehe ich es jetzt bei Harden auch, wenn er sich hier gegen Brooklyn entscheidet, nach dem, was die eigentlich da zusammengebaut haben, dann ist es wahrscheinlich eine Entscheidung gegen die Meisterschaft, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er irgendwo anders da eine bessere Chance hat. Aber wir haben auch schon gesehen, er ist dann auch nicht unbedingt scheu, wenn es darum geht, seine Interessen dann durchzusetzen. Wenn man auf die Bilanzen der Conferences schaut, muss man dann nicht mittlerweile sagen, dass die Eastern Conference enger und spannender ist als der Westen. Schauen wir doch mal auf die Bilanzen. da sehen wir dann, dass wir, ich muss mich ein bisschen zurückspulen, kann man das gut sehen hier? Ja, dann sehen wir, ja, obwohl vielleicht lieber eine andere Tabelle, ist ein bisschen unten, gehen wir lieber hier hin, das ist ein bisschen auseinandergefremelter. Ja, dann sehen wir da die Sieg-Prozentzahlen, ich mache es mal vielleicht noch ein bisschen größer hier, und dann sehen wir, ja, ist es enger, von 64,3% zu 51,1% und unten sind wir bei 79,1% bis 41,9% muss man sagen, ja, da ist es oben enger. Aber, also, das ist ja eine Frage, also, warum stützen wir denn die Frage? Das ist ja eine Frage davon, auf die Tabelle zu schauen und das zu sehen. Von da, ja, das stimmt, das hast du gut bemerkt. Allerdings gesagt, das sieht man auch relativ wenig über die Qualität aus, ne, wir sehen, guck mal, Phoenix, Golden State und in dem Fall natürlich jetzt auch noch Memphis und Utah höhere Winning Percentage haben, als die Teams, die vorne im Osten stehen, dann müsste man natürlich, könnte man jetzt sagen, guck mal, der Westen ist aber noch besser, aber das wäre auch falsch, weil natürlich, das ist ja kein, das ist ja kein Spielplan, der symmetrisch ist, man spielt ja gegen die eigene Conference mehr, gegen die eigene Division mehr und so von da, ja, es ist enger, im Osten ist es richtig, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwie ein Qualitätsmerkmal ist, etc. Wird es natürlich am Ende raus, wenn es dann Richtung Play-In geht und wenn da in den letzten paar Spieltagen noch irgendwas mehr offen ist als bei anderen Conference, dann die Spiele da interessanter, aber das ist ja auch, bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Du musst ein Team aufbauen um einen Spieler, Penny oder McGrady? Also wenn ich weiß, dass beide fit sind, so fit sie sein können, dann nehme ich Penny Hardaway, weil bei Tracy McGrady habe ich einfach zu sehr noch im Hinterkopf, dass er einfach, schon mal gesagt, jeder Typ war, der sich dann mit seinem Personal Trainer kam, in seinem Kino, in seiner Villa versteckt hat, damit er nicht trainieren musste und dass er eher so ein bisschen easygoing war und nicht so die Intensität hatte, die andere Superstars hatten. Und das habe ich bei Penny nie gehört. Alles in allem denke ich, dass McGrady der bessere Spieler ist, der mehr konnte. Aber ich würde mich für Hardaway entscheiden, weil ich denke, dass der einfach der bessere Profi ist und sicherlich auch auf eine gewisse Art und Weise seriöser. Aber das ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig zu bewerten, weil man einfach nicht weiß, wie Hardaway sich auch entwickelt hätte, weil er sich ja so früh damals verletzt hat. Ob ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich schlafe, während Tina in Gefahr ist. Ja, muss ich euch erklären, gestern wollte ich ja eigentlich mich hinsetzen mit euch, einmal K-Day feiern, einfach die Spiele laufen lassen, irgendwie im Fenster da drüben und einfach hier drauf reagieren, wie die Spiele sind, bla, bla, bla. War ein toller Plan, bis ich gemerkt habe, oh, meine Frau hat ja Dienst, da muss ich das Kind ins Bett bringen. Das habe ich zuletzt relativ gut hinbekommen mit einer eiskalten Bestechung, weil das Kind denkt, die Spardose, die es da hat, da würden, wenn die voll ist, da kann sich davon ein Pferd kaufen. Und ich habe gesagt, gut, das bin heute Abend, also ein paar Mal vorher gesagt, wenn ihr heute schläft, Papa kommt nur, deckt dich zu, macht dir ein Hörspiel an, dann kriegst du zwei Euro für dein Pferd. Ja, hat gestern Abend dann nicht so geklappt. Dann dachte ich, Papa, komm doch bitte dazu. Ich sage, ja, ist ja kein Problem, komm, was willst du denn hören? Dann wollte er halt, er wollte sie halt Tina in Gefahr hören, von Baby und Tina. Ja, und hat mich nicht so ergriffen. Vielleicht hätte ich ein bisschen länger wach bleiben müssen, und jedenfalls hat es mich dann zersägt und ich bin erst aufgestanden, als dann fast schon Bullskin Grizzlies lief. Und das habe ich dann auch noch geguckt und live getweetet. Ja, aber ich habe kein schlechtes Gewissen. Baby und Tina zerstören mein Leben. Und ich glaube, Baby und Tina haben mir viel mehr angetan, als ich gestern Abend mit dem Einschlafen. Next Steps Burst. Welche Spieler würde die junge Gart optimal ergänzen? Was würde es da für einen reinwerfen? Natürlich bräuchten sie einen Superstar. Nur, wie will man den bekommen? Also nächstes Jahr Richtung Free Agency, da sind eigentlich so, wenn jetzt, ihr habt es schon bei Haaren gesehen, also wenn die verlängern, die Jungs, die jetzt noch ein Jahr Vertrag halten, wenn mit ihrer Optionen, nur die Optionen ziehen, sind die nicht auf dem Markt. So richtig unrestricted, komplett gibt es ganz, ganz wenige und dann auch nicht Leute, die auf absolutem Top-Niveau sind. Von daher bei den Spurs wird es ja quasi nur über Trade gehen. Aber ein Trade, ich kann aber nebenbei immer die Trade-Machine aufrufen. Ich sehe da irgendwie nichts. Das ist ja auch eigentlich nicht der Weg, wie denen die Spurs so gehen. Also der Trade, den sie gemacht haben in den letzten Jahren, klar, das ist dann der für, oder von Kawhi Leonard gewesen. Aber, naja, oh, das habe ich falsch, den falschen Team aufgerufen. Trade-Bless ist natürlich nicht, sondern die Spurs. Sind sie denn da? Und ihr seht hier, also die Jungs, die viel Geld verdienen, in dem Fall Murray und White. Young ist ja nächstes Jahr jetzt nicht mehr da, der Vertrag läuft aus. Das sind ja also gerade Murray, den willst du ja aufbauen. Derrick White wahrscheinlich jetzt auch. Naja, und dann Doug McDermott, Pöthl, der natürlich gut spielt, defensiv. Irgendwie Zach Collins, der einfach jetzt nochmal so ein Flyer ist auf einem Spiel, der früh gedraftet wurde, aber da nicht funktioniert, auch weil er verlassen war. Das sind ja so Sachen, ganz ehrlich, das bringt ja nicht so viel. Also, was willst du denn dafür holen? Von daher, ich sehe jetzt da nicht die Chance, irgendwie da jetzt, klar, die haben uns andere Spieler, so ein Kelton Johnson, Devin Vassell, das sind gute Jungs, die will man sicherlich auch haben, wenn man woanders unterwegs ist, aber die bringen ja nicht den Star. Von daher nicht. Ich glaube einfach, dass sie weiter diesen Weg über den Neuaufbau gehen, Spieleentwicklung, hoffen, dass sie da halt dann einfach aus der Masse kommen und über Glück haben nochmal bei einer Draft, dass sie auch mal später jemanden finden, wie ein Corey Leonard, wie ein Tony Parker, wie ein Ginobili. Allerdings, wenn man diese ganzen Namen mal nennt und sagt, ja, die wurden ja alle spät gedraftet, okay, cool, weil wie gut wären denn diese Spurs gewesen, wenn sie nicht an Nummer 1 Tim Duncan damals gedraftet hätten. So, von daher, ich denke, sie machen einfach einfach weiterhin einen guten, soliden Job, aber ich sehe da eigentlich keine wilden Dinger, noch nicht die Chance, irgendwie sich einen Star zu ziehen. Es sei denn, kommen denn ja, haben sie ja Platz im Salary Cap, kann man da jemanden verpflichten, aber ich sehe ja auch nicht, dass irgendwer nach San Antonio geht, wenn ich ehrlich bin. Meine Lieblingsfolge, Bibi und Tina, Hörstuhlserie. Die Serie habe ich nie gesehen, will ich auch gar nicht im einen so einen Film gesehen. Da habe ich mich dann gefreut, dass Oli Schulz dabei war, als Bösewicht, okay, aber da fand ich schon, also das war noch mal einen Schritt weiter in die Hölle, noch einen Ring weiter unten, diese Serie, Bibi und Tina selber ist ja dann, ist ja gerade am Anfang, glaube ich, aber diese Serie, das ist schon bitter. Von daher, vom Hörspiel, vielleicht die, wo sie in Ungarn sind, bei den Wildfohlen in der Pushta, weil einer meiner Lieblings, Trainer, früher kommt aus Ungarn, Ischwan, und da heißt Rainer Ischwan, deswegen, das wäre das Einzige, was ich jetzt sagen kann da. Wo landet Simmons und noch vor der Deadline? Ja, ich habe eigentlich gesagt, ja, auf jeden Fall, 80, 90 Prozent landet er vor der Deadline irgendwo. Mittlerweile frage ich mich so ein bisschen, sehen wir das wirklich? Aber das ist echt ein faszinierendes Stalemate, und das ist, ich weiß, das ist so ein Putt, wo ich nicht weiß, wie das aufgelöst wird. Hier ist der Murray, der will den Game Changer, der will ins Meisterschaftsrennen wieder eingreifen können mit dem Spieler, der kommt, oder den Spielern, die kommen, aber er sagt, klar, wir wollen einen Game Changer. Es wird sogar geschrieben drüben, dass die, also das, was er will in so Trade-Diskussionen, dieser Gegenwert, den er verlangt für Ben Simmons, der soll steigen, anstatt zu sinken. Was erstmal auch Sinn macht, dass man erstmal wieder bei der Höhe anfängt, und dann lässt man sich runterhandlaufen, die Wurmen vielleicht ein bisschen höher ist, als was man vorher hatte. Aber ich sehe halt nicht, wie der Rest der Liga sagen könnte, ja, jetzt hat er ja schon nochmal zwei Monate nicht Basketball gespielt und hat immer noch psychische Probleme. Ja, jetzt holen wir uns den. Und auch gern noch für ein bisschen mehr. Klar, es gibt Teams, die eventuell dann verzweifelt sind oder so, aber ich sehe diese Teams A nicht, B, also wenn die Teams verzweifelt sind, warum sollten sie dann Ben Simmons holen, den Typen, der noch nicht gespielt seit letzter Saison, der psychische Probleme hat oder eben alle anlügt, eins von beiden, und das ist beides nicht geil. Also, mittlerweile bin ich da echt ein bisschen ratlos. Ich wüsste auch nicht mehr, was der perfekte Trade-Partner ist. Fakt ist, ich will diesen Deal sehen, einfach um das aus den Füßen zu haben, aber dass wir jetzt auch nicht wirklich viel darüber hören, das kann auch heißen, dass jetzt kurzer Abschluss ist, aber ich bin echt gespannt, was passiert. Und wenn er wirklich nicht getradet wird am 10. Februar, also bis dahin nicht getradet wird, was erwartet uns dann in der zweiten Saison, was erwartet uns dann in der Off-Season? Das ist echt faszinierendes, faszinierendes Problem. Oder ist er derjenige, der dann für James Harden getradet werden wird? Neben Kyrie Irving kann ich mir vorstellen, dass das besser funktioniert, neben Kevin Durant. Aber ist das was, was die da in Brooklyn wollen? Vielleicht läuft es darauf hinaus, wer weiß. Kann sich Frank Vogel auf lange Sicht auf dem Trainerschuh bei den Lakers halten? Laut Berichten sind er dann noch nach der Niederlage in die Nuggets kurz vor der Entlassung. Ja, es geht jetzt noch weiter. Man sagt, man guckt jetzt bei den Lakers von Day to Day, also Game to Game, und dann entscheiden wir, ob Frank Vogel noch am nächsten Tag Trainer ist. Und das muss ich sagen, das ist ja so ein unfassbarer Schwachsinn auf mehreren Ebenen. Das ist noch vorneweg, den Sermon, den immer gehört, wenn es um Trainerdiskussionen geht. Wir sehen natürlich immer nur Siegen, Niederlagen und vielleicht noch, wie es so ein Team auf dem Feld gibt, wie zusammen spielen, ob die reagieren auf den Trainer etc. Dann wissen wir natürlich nicht, was intern die Anforderungen sind. Bei den Lakers wissen wir das ungefähr, sie müssen Meister werden, aber wissen zum Beispiel gar nicht, was ist jetzt das Ziel so intern. Oft ist es ja so, dass Trainerstäbe, Management zusammen die Saison in mehrere Teile einteilen und dann immer gucken, sind wir da, wo wir sein wollen zu dem Zeitpunkt. Und ich denke, da muss man jetzt kein Hellseher sein, um zu attestieren, die Lakers sind sich halt nicht da, wo sie sein wollten vor der Saison zu diesem Zeitpunkt. Das mal vorne weg. Fakt ist aber auch, ich meine, Anthony Davis ist verletzt, jetzt schon lange. Der Kader ist nicht optimal zusammengestellt. Das habe ich das ganze Jahr auch schon gesagt. Die haben sicherlich Spiele verteidigen können, sicher Spiele, die Offense spielen können, Leute, die werfen können. Die müssen halt den richtigen Mix finden. Problem ist halt, wie sollte denn Frank Vogel und Co. diesen Mix bisher finden? Es fehlen ja andauernd Leute. AD, None, THT, LeBron eine Zeit lang. Also das ist ja wirklich ein scheiß Job, wenn man das jetzt machen soll, ohne dass die Spieler da sind. Und jetzt läuft es halt nicht gut. Klar, wir sehen auch manchmal, dass sich so ein paar Spiele einfach auch so ein bisschen arg hängen lassen oder wir einfach gar nicht wissen, wo sie hin sollen. Da kann man natürlich sagen, das ist das klar Problem des Trainers, der muss die ja einnorden. Okay, kann man sicherlich so sehen, aber nochmal, also mit welchem Material arbeitet er denn da? Und wie ist das vielleicht auch intern? Also wie ist denn die Mannschaft momentan? Wie kontrollieren die sich denn? Und ich finde, er ist mittlerweile echt die ärmste Sau da in L.A. Und ich wüsste jetzt, ich wüsste gar nicht, wen wollen die denn holen? Phil Jackson oder was? Wer soll denn den Laden da momentan wieder aufrichten? Und vor allem, wie soll es jetzt offensiv irgendwelche Zauberplays geben, defensiv? Ich meine, er ist ja einer der besten Defensivcoach, die wir haben. Also ich sehe überhaupt gar nicht, was das bringen soll. Es sei wirklich, es sei wirklich denn, egal, es sei wirklich, ich sage das schon wieder, es sei der erste so, mach es so, dass da intern einfach solche Probleme sind, dass sich der Trainer, obwohl er deswegen Meistercoach ist, einfach Sachen sagt, die auch richtig sind, die Mannschaft sagt, ey, whatevs, so ne, scheiß drauf, ist doch egal, was du mir hier erzählst. Wenn er nicht mehr ans Team rankommt, egal, ob er die richtigen Sachen sagt, dann muss er natürlich gehen irgendwann. Wenn die nicht mehr für die spielen, es ist eine Players League, keine Coaches League, es ist nichts, College, dann bist du derjenige, der gehen muss. Und das ist wahrscheinlich dann auch irgendwo okay, weil es einfach so ist. Allerdings, also alles andere, würde ich sagen, macht noch gar keinen Sinn und für mich machen die Lakers momentan so ein bisschen den Eindruck, als fallen die so ein bisschen wieder in diese Phase ihres FC Hollywood-Daseins zurück, wo sie vor ein paar Jahren schon mal waren, wo ja nichts richtig lief, wo sie einfach von ihrem Beruf gelebt haben, wo sie mit, wie hieß der denn, wie ist denn der Bass-Bruder, wie hieß der denn, egal, Jim Bass, glaube ich, wo als der da dran war, bevor seine Schwester übernommen hat, da war das ja Kraut und Rüben, da haben sie ja nicht mal mit den Top 3 Agents irgendwelche Gespräche führen können im Sommer, wie gesagt, mit euch möchte gar keiner zusammenarbeiten. Das deutet ein bisschen in die Richtung. Ich hoffe, dass die da die Kurve kriegen, aber das sieht einfach nicht gut aus, was die da machen. Aber Frank Vogel ist für mich da einfach nicht schuld. Oh, David Bertans, wahrscheinlich ist er Joe Harris und Duncan Robbins haben im letzten Jahr aufgrund ihres guten Wurfs nach hochsiert und langfristig Verträge bekommen. Nur, Harris hat jedoch seine Leistung gehalten. Ist es sinnvoll, so viel Geld, ca. 15% des Salary Caps für eindimensionale Sperrf so langfristig zu binden? Jein, also, wenn Bertans, Harris und Robbins die Leistung weitergebracht hätten, die sie vorher gebracht haben, dann ist es durchaus sinnvoll, denn das sind Floorspacer im Falle von Robinson, auch Leute, die dann auch so Handoffs agiert haben. Das war eine Riesenwaffe. Das war auch schon etwas schwer zu verteidigen. Ich suche mal kurz nebenbei die Statistiken raus, gerade von Robinson. Und du brauchst diese Schützen. Aber, wir kommen bei solchen Diskussionen immer an den einen Punkt, wo man klar sagen muss, so eine Frage, wie sie hier gestellt ist, das ist einfach falsch vom Stellen her. Denn die müsste eigentlich so gestellt werden. Ist es sinnvoll, solchen Spielen, die das können, dieses Geld zu bezahlen, auch wenn man keine andere Wahl hat, weil man eben kein Geld unterm Salary Cap frei hat, um Spiele zu verpflichten, die sowas können, auch für weniger Geld, vielleicht oder so, muss ich sagen, für 10 Millionen oder so. Oder muss man einfach sagen, okay, wir müssen diese Art Spiele immer wieder selber entwickeln, bis zu dem Punkt, wo sie teuer werden und dann schicken wir die weg. Das meine ich damit. Bleiben wir mal bei Duncan Robinson. Spiel vergangenes Jahr, also eine grandiose Saison, macht das richtig, richtig gut. Und hat es ja vorher auch schon gespielt, nochmal in den Finals. Klar, der hat Probleme, aber so, da kriegt er jetzt das Geld. Sobald auch die anderen ihm das Geld bezahlt hätten, das war ja nicht so, dass jetzt keiner mitgeboten hat. Aber die Heat, in dem Moment, als sie ihm das Geld geben, liegen ihr im Salary Cap. Sprich, sie haben seine Bördrechte, deswegen können sie ihm das Geld bezahlen. Bezahlen sie das Geld Duncan Robinson nicht, haben sie nicht diese 15, 16, 17, 18 Millionen unter dem Salary Cap frei und sagen, okay, dann hole ich mir mal anders, sondern sie haben dieses Geld einfach nicht. Das ist ja das, das ist ja, was missverstanden wird. Ich erkläre es nochmal, das ist die Salary Cap Grenze. Bis dahin darfst du ausgeben. So, wenn du jetzt aber schon hier bist an dieser Grenze und jetzt einer von deinen Spielern wird Free Agent und der ist schon eine gewisse Zeit bei dir, ich vereinfache es jetzt mal und du hast deine Bördrechte. Bördrechte heißt, es ist egal, ob du jetzt schon an der Salary Cap Grenze bist oder vielleicht 5 Millionen drunter, du kannst diesem Spieler das Geld bezahlen, was du möchtest, bis zum Maximalbetrag und dann kannst du auch über das Salary Cap hinausgehen. Deswegen haben wir Teams, die 150 Millionen Dollar ausgeben, weil sie irgendwelchen Spielern Bördrechte genutzt haben, um halt die zu bezahlen. Und was machst du denn dann? Was machst du dann? Du stehst vor der Wahl, Otto Porter, gutes Beispiel damals auch gewesen bei Washington. Du denkst, du bist nah dran, du denkst, das ist eine gute Mannschaft, du denkst, die Fans, und die Fans hängen dir am Rücken und sagen, jetzt müssen wir alle zusammenhalten, müssen gucken, was sowas geht. Gibst du dann die 15 Millionen oder sagst du, nein, wir holen uns jetzt fürs Minimum irgendjemanden oder wir holen uns für die Mittellevel-Exception jemanden, für 5 Millionen. Wir holen uns, wir draften jemanden und hoffen, dass das dann funktioniert. Was machst du? Und im Falle jetzt von Duncan Robinson, muss man sagen, gut, es hat in einem Jahr eine schlechte Phase, das hat man aufgerufen. Allerdings muss man auch sagen, wenn sie gewinnen, in den 27 Spielen, wo sie gewonnen haben, trifft er 40,4 Prozent. In den 40 Spielen, die sie verloren haben, trifft er 25 Prozent. Also es scheint schon oft genug zu funktionieren, nur manchmal eben auch nicht. Ist er dafür überbezahlt? Wahrscheinlich schon. Kann man das vielleicht auch lösen. Ist man einfach eben andere Würfe kreiert. Julius hat da ein gutes Video drüber gemacht. Ja, kann sein, dass es einfach wieder heiß läuft oder einfach ein paar Sachen ändert. Ja, kann auch sein. Es ist ja auch nicht so, dass es klar ist, dass er jetzt nur hinten dran ist. Joe Harris trifft seine 3, ist momentan nur verletzt. Bertans, vielleicht ist nur die Ausnahme, der ist wirklich, ich weiß nicht, wie der momentan spielt. Aber in den letzten Jahren war er einfach das Geld überhaupt nicht wert, was er da bekommen hat. Ich suche mal kurz seine Statistiken raus. Bei Bertans sind wir momentan bei 33,8 Prozent. Das ist ein bisschen sehr wenig. Da geht echt wenig. Aber Bertans, ich sag mal so, bei Bertans, nicht nur, weil ich jetzt hier das Bursting anhabe, die wollten den nicht haben. Und das ist schon manchmal ein Zeichen. Wer weiß, was dahinter steckt. Jedenfalls nochmal, es ist nicht so leicht zu sagen, also die bringen ihre Leistung nicht, warum kriegen die das Geld? Wie bereitet es sich eigentlich auf einem Podcast wie zum Beispiel über Magic Johnson vor? Videos, vergangene Artikel, Wikipedia, Boxscore. Das passt schon ganz gut zusammen. Also Wikipedia ist so, manchmal, wenn es der Spieler sind, also der nächste Spieler, den wir jetzt, der übernächste, den wir machen. Wir haben schon eine zweite, noch eine nächste Folge Magic produziert und nochmal eine Doppelfolge über einen anderen Spieler. Und der, den wir jetzt danach machen, das ist mehr aus den Unbekannteren, so aus der früheren Zeit. Da ist meine erste Anlaufstelle natürlich Wikipedia erstmal. Wikipedia, ansonsten, hier Book of Basketball, das ist natürlich so das Ding, wenn es so um Geschichte geht, Basketball-Geschichte geht. Natürlich stellen wir also auch hier Planet Basketball, wir haben da selber viel drüber geschrieben. Um einfach ein bisschen so jetzt die Eckpfeiler parat zu haben von der Karriere. Oftmals, ich meine, ich habe eigentlich mit, eigentlich bei jedem, der jetzt von den Top 75, 75 oder 76 sind, habe ich zumindest, also könnte ich jetzt wahrscheinlich zehn Minuten das Referat halten, was die gemacht haben, etc., wie ich die sehe. Aber das wäre dann halt schon so, also die Details werden schon manchmal relativ schwammig so. Also Wikipedia ist unbekannt, wie war die erste Anlaufstelle, Book of Basketball. Und dann habe ich natürlich, zum Beispiel mit Magic, da habe ich natürlich eine eigene Geschichte auch mit dem. Ich meine, als ich in USA war, 1991 als Highschooler, da war der in den Finals gegen, gegen die Bulls natürlich, das riecht ich denn. Da habe ich Magic noch gesehen, so auf dem letzten Ende der Welle der Showtime-Lakers. Mit dem verbindet mich einiges so, einfach weil ich den als Fan früher erlebt habe. Habt ihr auch schon gehört, denke ich mal, und dann überlege ich ein bisschen, okay, was sind die Talking-Points, die ich habe, was sind Sachen, die mir auffallen, aber jetzt später vielleicht nochmal, wenn ich, zum Beispiel auch, als wir über Jerry West gesprochen haben, die ganz psychologische Komponente mit seiner Depression, mit dem übergriffigen Vater, dass er seinen Vater androh, der ich bringe, nicht unbedingt nochmal ein Fest und sowas. Das sind Sachen, das finde ich dann auch interessant bei diesen Diskussionen, die wir dann haben. Wie sehen wir sowas? Wie ordnen wir sowas ein? Wie ordnen wir Spieler ins große Bild ein? Da muss man auch viel übergreifende Gedanken machen, gar nicht so viel runterbeten aus diesen Büchern. Das finde ich, ist eh nicht die Aufgabe von dem Podcast, sondern unsere Aufgabe ist eher, darüber zu sprechen, wie wir die erlebt haben oder wie wir die zurückblickend sehen und ordnen die halt ein und auch mal ein paar Sachen, ein paar abwegige Sachen zu unterhalten jeweils. Und das finde ich halt, zum Beispiel jetzt heute bei Magic halt, über diesen Converse, Werbespot, über den wir in Teil 2 nochmal reden beziehungsweise. Ja, und dann natürlich gucke ich viele alte Videos nochmal auf YouTube, gibt es super viele Interviews. Ich muss ja eh mal viel gucken, weil ich hatte die ganze, ich produziere die Folgen ja dann an beiden Schreiber, die Essays, machen die Einleitungen und hosten und ich bin ja quasi der, der das ganze Audio-Processing macht danach. Deswegen dauert es auch so lange, leider Gottes. Aber ja, das ist ein super geiles Projekt, macht total Spaß. Von daher wäre cool, wenn wir noch mehr Leute hören können. So. Kannst du mir erklären, was 2009 passiert ist? Ich habe zu dem Zeitpunkt nur die Playoffs der Lakers verfolgt, habe im Nachhinein gehört, dass alle gerne LeBron versus Kobe sehen wollten und dann kam die Orlando Magic. Ich habe den Osten leider nicht verfolgt, war LeBron James so schlecht oder die Cavs oder waren die Magic so gut um Howard? Also meine ich, Orlando Magic war damals eine gute Mannschaft, wir können uns ja mal die Serie anschauen. Ich suche es einmal kurz hier raus nebenbei. Wie damals ist es nicht die Serie anschauen im Sinne von wir gucken uns die ganze Serie an, sondern wir gucken uns nochmal die Serie Stats an. Das ist ja immer ganz schön, dass man BK Ref eben auch da reingehen kann. Und dann sehen wir, Spiel 1 ist sehr knapp gewesen für Orlando mit einem Punkt und ihr seht, bei LeBron 49. Da kann man nicht meckern. Zweites Spiel ging dann mit einem an Cleveland und damals war das ja noch 2-3-2 alles. Oder wenn ihr da in den Fall habt, es war nicht Finale 2-2, 1-1-1 natürlich. Also 1-1 nach den ersten beiden Spielen. Dann Orlando gewinnt mit 10, LeBron mit 41, LeBron mit 44 im nächsten und da liegen sie dann schon 3-1 hinten. Naja, und dann LeBron 37 und am Ende Hau mit 40. Also ich weiß gar nicht, was hier im letzten Spiel war, aber LeBron mit 25, er war natürlich nicht sein bestes Ich vielleicht. Aber ich denke, das hier sich mal anzuschauen, da wird glaube ich schon vieles klarer. Und zwar, das, was glaube ich in der Zeit seine ersten Kliefen oft verklärt wird, rückblickend, was generell oft vergessen wird, wenn man zum LeBron geht, weil einfach viele Leute das auch nicht sehen wollen, ist halt die Mannschaft da oben, die er da in den Conference Finals trägt, naja, wer ist denn der zweitbeste Spieler da? Ist es Mo Williams? Ist es Delonte West? Ist es anders als Varejao? Sieht Runas Ilgauskas? Ihr seht, zwei Big Men damals noch, die überhaupt gar nichts Richtung Reihenlinie machen. Ilgauskas hat noch keinen Wurf. Aber ihr seht auch da in dem Spiel zwei Punkte. Foul Trouble gehabt. Varejao, knallharter Verteidiger, aber aber nichts nach vorne. Dann von der Bank, Daniel Bubi Gibson, Ben Wallace, also auch schon washed up Ben Wallace, Wally Zerbiek, okay, aber auch da seht ihr, da kam nicht mehr viel. Sascha Pavlovich, Tens Kinsey, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das ist. Und dann unten bei Howard, an der Seite muss man sagen, er hat Richard Lewis, der wurde lange Zeit damals natürlich, heute würde man sagen, der wurde zu einer Meme, weil er einfach einen wahnsinnig hohen Vertrag unterschrieben hat in Orlando oder vorher schon, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Er hat einen riesigen Vertrag unterschrieben, dann hat er dafür halt so okaye Leistung gebracht, aber das war halt ein Stretch Big Man, den man auf der Vier spielen lassen konnte. Raphaelston ist ein total brauchbarer Point Guard gewesen, ehemaliger Streetball-Legendär, Skip to my Lou, Hideo Turku-Loo, der damals viel, seht's, fünf Assists aus dem Pick'n'Roll gemacht hat mit Howard, die Schützen standen draußen rum und rum. Man sieht auch die, ne, 29-3 damals nur, das war eine Menge. Und spielen einfach einen guten Ball. Haben viele Jungs, die ein bisschen was drauf waren, Marcin Gort hat ja einen alten Kölner Kollege. Und da muss man ehrlicherweise sagen, LeBron, auch wenn er im fünften, im siebten Spiel oder sechsten Spiel dann nicht total performt hat, vorher natürlich alles abgerissen, was irgendwie ging, nur, naja, da fehlt einfach die Hilfe. Das war auch das Ding, also damals, dass er da weggeht nach Orlando, viele haben nur gesagt, oh, wie kannst du das machen, wie kannst du das Team verlassen? Das war ein Crap-Team mit Crap-Management, die Scheiße gebaut haben ohne Ende und nicht bereit waren, dann wirklich nochmal ein paar Deals, die da waren, zu machen. Und von daher war das, das vollkommen, verständlich ist, da weggegangen ist. Auch die, dass er die Entscheidung nach Miami geht, ist vollkommen nachvollziehbar. Beater Weise, ich sage es jetzt nochmal, ich habe es damals ja auch oft genug gesagt, den Zirkus, den wir ja veranstaltet haben mit, ich werde das aber im Fernsehen zelebrieren und dann sagen wir not two, not three, not four, not five, das war Scheiße und dafür haben sie die Quittung ja auch bekommen mit. Gibt es überhaupt einen realistischen Trade für die Mavs, wodurch sie sich verbessern können? Der auch möglich ist. Dragic kommt, wenn über Bayhaut und Schröder, kann ich mir dann nicht vorstellen, aber reicht das für einen weiten Run in die Playoffs? PS, achso, PS brauche ich, aber danke fürs Danken. Naja, die Frage ist halt, was erwarten wir? Also so Miles Turner, die Nummer, die war ja schon länger durch. Das hat Max, da habe ich heute auch geschrieben, dass da schon die Bemühungen relativ vor ein paar Wochen schon eingestellt wurden. ich habe auch den Fit da nie wirklich so richtig gesehen. Also Posing ist und Turner, wie soll das denn funktionieren? Aber geschenkt. Dragic mittlerweile denke ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, wenn der rausgekauft wird, also was ist denn mit Miami? Da ist er ja momentan, da will er wohl auch wieder zurück. Mal gucken, was da kommt. Realistischen Deal. Ich denke, Schröder ist jemand, das könnte ich mir vorstellen. Attacke aus der zweiten Reihe, aus dem Pick and Roll, Shooter draußen rum, ist ja ganz ähnlich, wie das Luca halt auch macht. Können beide zusammenspielen. Das muss man mal abwarten. Kann er mit Brunson zusammenspielen? Das muss man auch mal abwarten. Nee, ich glaube, die sind eigentlich als Team mehr oder weniger das, was sie halt sind. Und da muss man jetzt eben schauen, naja, wie gut spielen sie zusammen. Aber bei den Mavs, da kommt ja für eine Sache ein Spiel, die ich auch ein paar Mal schon angesprochen habe. Man hat ja immer nur so den Eindruck von den ersten Wochen, die einem oft so manifestieren. Mal gucken, jetzt ohne zu schummeln, schreibt bitte mal in den Chat, was ihr glaubt, wo die Mavs Stand heute im Defensiv-Rating stehen in der NBA. Ich trinke derweil ein bisschen was von meiner Cola. Was meinet? Einfach reinschreiben. Fünf. Okay. Drei, sechs, elf, fünf, acht. Letzte zwei Wochen auf zwei. Ich meine insgesamt aber. Zwölf, achtzehn. Nach dem Schluck verrate ich's. Wir sind Vierter Defensiv. Und, das wird immer schlechter jetzt. Wir sind Vierter, 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 Vierter. Also heißt, das ist natürlich eine Geschichte und sie machen, wir machen mal gucken, also sie lassen zu, 106,7 Punkte auf 100 Ballbesitzer. Der Vierter Offense, da hakt's, eine 109,6 nur. Wenn wir uns das Vorjahr anschauen, da waren sie Defensiv 113. Natürlich hier auch ganz woanders, aber das ist halt schon ein Unterschied. Wenn sie das halt verbessert haben, nachhaltig, dann muss man sagen, das ist dann schon mal ein Brett. Wenn du Top Ten verteidigst, Top Fünf verteidigst, genau, Kleber spielt wieder, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Gleichzeitig ist es so, naja, da waren wieder viele Verletzte dabei, Covid war dabei, all diese Sachen, die so eine Saison gerade aus den Fugen werfen können. Und wir sehen Luka Doncic, der schon Probleme hat momentan, auch keine guten Januar bisher spielt, auch da können wir uns die Zahlen mal anschauen. Und am Ende ist es aber wirklich so, alles, was die Mavericks so an Ansprüchen anmelden können, also gerade im Angriff, hängt natürlich an Doncic. Das sind nur acht Spiele, mehr als zweite Runde, aber gut, wer sieht denn mehr als zweite Runde überhaupt? Ich meine, klar, das kommt immer auf die Matchups an, auf wen triffst du, was ist denn mit Covid? Das kann auch sein, dass mal in die Conference Finals kommt, das würde ich nicht ausschließen wollen. Aber ist es ein Titelfavorit? Nein, natürlich nicht. Und sie haben keine zwei Superstars. Wir haben einen Superstar, der seine Probleme gerade hat, und wir haben einen Borderline-Allstar, ein Christoph Sporsink, der oft verletzt ist. und eine Menge passende Rollenspieler, wo sich aber kaum jemand, Tim Hardaway kann man da eventuell ein bisschen ausnehmen, und Jalen Brunson natürlich, aber das sind die Einzigen, die sich irgendwie einen eigenen Wurf kreieren können. Von daher, da sind klare Problemfelder, und die wird man mit so einem Trade jetzt einfach zur Deadline nicht lösen können. Aber das defensive Fundament scheint momentan zu stimmen. Wenn Luca irgendwie in Shape, noch mehr in Shape kommt, fit ist, sich wohlfühlt, Rhythmus kriegt, dann werden alle anderen auch besser. Na ja, und dann kann es besser werden. Aber das müssen wir dann mal abwarten, ob das wirklich so kommt. Meine Meinung zu Chandler Parsons Karriere. Schade. Absolut schade. Er hat heute seinen Rücktritt, oder seinen endgültigen Rücktrend, bekannt gegeben. Auch da können wir mal auf die Zahlen gucken, weil, glaube ich, viele vielleicht gar nicht wissen, wo Chandler Parsons eigentlich so steht. Dann seht ihr hier, in Houston angefangen wurde, ich gucke es mal auf hier, gedraftet, genau an 38. Stelle. Also wirklich einer, den man nicht erwartet, dass er so eine Karriere hat. Aber ihr seht es halt auch, das geht dann relativ schnell bergab. Dann schon Ende 20, ja, komplett, eigentlich vorbei, washed, wie man leider immer so böse sagt. Es war dann einfach Verletzung bei ihm. Verletzung, hat eine Menge Geld bekommen, für dann leider ein bisschen wenig Leistung, weil er verletzt war. Aber das war ein cooler Typ, hat den Dreier getroffen, hat sich aus dem Pick and Roll gut bewegt. Auch so ein guter Junge. Aber wie es man so ist, wenn der Körper nicht mitmacht, dann ist es schwierig. Von daher schade vor allem. Magic Par 1 war super. Och, Dankeschön. Dankeschön. Oder es lebe man, aber es ist ja nichts Schlimmes. Danke. Ich hatte echt ein Problem bis bei Magic jetzt mit den O-Tönen, weil ich nie wusste, was packe ich rein, was packe ich nicht rein. Aber im zweiten Teil, das ist doch geil, weil wir es aufgenommen haben und im ersten Teil, die ganze Nummer mit Larry kommt ganz wenig nur vor. Die ganze HIV-Nummer kommt auch in Teil 2. Deswegen habe ich auch den Cliffhanger dann gemacht am Ende. Aber da hört es euch an, ich kann es nur empfehlen. Ich kann es ja, wenn das mal jemand reinposten könnte, vielleicht den Link zum Podcast. Das kann man natürlich, könnte man gerne machen. So, mein All-Star-Stadt-KD. Du meinst wahrscheinlich All-Star-Starter. Wer war denn meine Starter auf dem Flügel im Osten? Das waren doch Ante Dekumbo, Embiid und KD. Ich gucke einmal kurz hier mal auf den, auf die Lieder. Das sind meistens meine Krücke, wenn ich jetzt irgendwie solche Fragen halt habe und ich muss sie schnell beantworten, so wie hier. Dann schaue ich in der Regel einfach mal kurz hier rein, wer die meisten Punkte macht. Wenn das ist schon beim All-Star-Game, dann schon eigentlich eher ganz cool. Danke für das Reihenposten hier. Und ich glaube, KD wird jetzt nicht MVP, das denke ich auch nicht. Wenn ihr, wen wollt ihr denn starten lassen dann neben Jannis und Embiid auf den Forward-Positionen im Westen? Ich meine, DeRozan gilt ja als Guard, ja genau, obwohl hier als Power-Forward steht. Das ist natürlich raus. Tatum ist ein Kandidat. CZ Levin als Guard, ich glaube auch, da ist er auch dann nicht dabei. So viele gute Kandidaten gibt es dann wahrscheinlich gar nicht. Von daher, ich wäre wahrscheinlich, ich meine, Miles Bridges fände ich ganz geil irgendwie, was man aus anderes wäre. Aber als Starter, Chris Middleton ist natürlich jemand, den man dann nehmen könnte. Jalen Brown, ist Jalen Brown nicht ein Allen? Nee, also Jared Allen. Das wäre ich für zwei Center. Kusma, ja genau, Kusma. Nur wohl einmal so ein Halb. Kusma fand ich übrigens geil, dass er gestern gesagt hat, naja, der Dank über den Beat, der war ich nur so halbgeil. Weil er war auch nur so halbgeil. Aber ist okay. Der von Westbrook, der war geil über Gobert. Zwei Bugs würde ich auch nicht reinwählen wollen. Dass er auch mit da reinkommt. Sabonis. Gucken wir uns nochmal, wo sind denn die Quoten von Mitchell, von Tatum? Ja, das ist natürlich auch jetzt nicht so geil. Auf der anderen Seite, ich meine, er macht 26, 9 und 4. Hat alle Spiele gemacht. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich Tatum. Aber das, ich habe meine All-Star-Teams jetzt noch nicht wirklich komplett zusammengestellt. Das mache ich wahrscheinlich hoffentlich dann nächste Woche oder so. Oder ich mache es morgen. Ich kann es morgen machen. Rapid Directive. Ich mache es morgen. In der Zeit deiner Reisen in die USA wird es auch keine Podcasts geben, oder? Manch einer produziert ja vor, aber der Workload bei dir ist ja hoch aktuell. Wieso soll es keine Podcasts geben? Also, ich meine, Infrastruktur in den USA ist nicht die beste, aber Internet, denke ich, werden wir das schon bekommen. Nee, ich habe schon vor, natürlich da meine Sachen zu machen. Eventuell auch wirklich, ich versuche jetzt ein paar Termine auch zu machen, dass man auch vielleicht wieder ein Interview-Podcast hinbekommt. Aber ist natürlich schwer, auch gerade mit Covid jetzt in den USA, das dazu hinzustielen. Aber das ist geplant. Natürlich wird es Podcasts geben. Warum denn auch nicht? Nur weil ich da am Strand arbeiten könnte. Ich meine, das ist ja eh so. Ich feiere nicht in Urlaub bei diesem Podcast-Reisen. ich meine, klar, mein Bruder kommt mit diesmal. Der hat sich das auch gegönnt. mit dem ich auch im Mietwagen muss ich auch rumfahren, aber ich muss schon mir jeden Tag meine, also mindestens fünf Stunden da zurechtlegen für Arbeit, für The Magazine. Das muss ja bis Ende Februar fertig sein. Für Podcasts, für alle möglichen Mails, etc. Aber eben auch dann für Termine, hoffentlich, die ich machen kann mit Leuten, die dem interviewen könnte. Das ist ja vollkommen klar. Kommt auf an, was die NBA-Fahrer so möglich macht. Aber das ist auf jeden Fall wichtig. Bestellst du die Saison von DeJonte Murray ein? Das ist vielleicht auch schon All-NBA-Niveau. Ist eine tolle Saison. Also es ist eine Entwicklung, die einfach auch wirklich, wie gesagt, hat man nicht kommen sehen, aber die ist höchst erfreulich, auch gerade als Scorer. Wenn wir hier mal sehen, die Entwicklung, die er genommen hat. Hier war jetzt ein Kreuzbandriss. Und auf 36 Minuten gerechnet seht ihr hier, das geht stetig bergauf. Vor allem gerade auch bei den Assists jetzt bergauf. Und das ist eine richtig gute Entwicklung. Eine Dreier halbwegs stabil, auch bei höherem Volumen jetzt. Hier war es natürlich schon mal besser. Zweier-Bereich ist ja ungefähr das gleiche die ganze Zeit. Das ist richtig, richtig gut. Gleichzeitig würde ich sagen, All-NBA, klar, sagen wir 19, 8 und 9, plus 2 Seals für die Liga. Das kann eventuell reichen, aber er müsste ja einer der Guards sein. Also ich denke, da wird irgendwer sich verletzen müssen für, auch weil sie jetzt nicht den riesen Team-Erfolg haben. Aber wenn ihr mir sagt, er kommt das dritte Team, würde ich jetzt nicht denken, ihr lebt in einem Universum, dass Doctor Strange durch irgendwelche total fahrlässigen Aktionen irgendwie hier reingeholt hat in unser Universum. Von daher, ja, warum nicht? Wo sind wir denn hier? Habe ich jetzt gerade hier irgendwie, ich bin ja verwirrt, habe ich gerade die Fragen hier. Ach, da sind wir. Sorry. Wenn du dir die fünf, sechs schlechtsten Rekords der NBA anschaust, bei welchem Team bist du am zuversichtlichsten, dass sie das Ruder am absehbarer Zeit umreißen? Die Frage ist ein bisschen, was in absehbarer Zeit? Wenn wir jetzt hier mal schauen, wen wir denn hier haben, dann sind wir, ob ich das jetzt hier runterscrollen kann, das macht ein bisschen fertig hier, vielleicht muss ich doch lieber hier größer machen. So, ähm, wir werden jetzt mal schauen, wie haben wir hier? Wir haben Houston, was haben wir jetzt? Fünf, sechs schlechtesten, Also, bleiben wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir nehmen mal das Sacramento mit dazu. Gut, ich meine, das wäre jetzt leicht, wäre zu sagen, gut, Indiana, die gehören da unten eigentlich nicht rein. Wenn wir mal draufschauen, defensiv, das ist, also klar, das ist gerade schlecht so, aber die sollten schon eigentlich nicht dahin gehören, wo sie momentan, da stehen sie doch vom Netrating her. Das wäre jetzt die leichte Frage, aber natürlich geht es eigentlich darum, um die Jungs hier unten, also um die vier geht es eigentlich, sind wir ehrlich, die Teams wirklich drinstecken, die im Neuaufbau sind. Und das ist nicht leicht, weil die sind alle ungefähr, finde ich, so am gleichen, ähm, gleichen Punkt ihrer, ihrer Entwicklung. Die haben alle schon junge Spieler, ähm, zum Beispiel Detroit natürlich, also Detroit hat natürlich einen Spieler mit, mit Cunningham und sagt, okay, den wollen wir mal aufbauen, das ist unser Superstar, okay, cool. Ähm, okay, Sie hat Jay Gilders Alexander, der ein bisschen älter ist natürlich, Houston, Jalen Green, okay, weiß man nicht, vielleicht haben sie eher Alperen Chengu, aber nee, soweit würde ich nicht gehen wollen, Orlando hat Franz Wagner, Jalen Sachs, die haben natürlich ein paar Leute, die zurückkommen, ähm, das ist schwer, gibt es hier natürlich eine Menge Draftpicks, ähm, aber sagt nicht unbedingt, die hier alle in den Lottery landen, ähm, wenn es jetzt nur um die Spieler geht, die wir jetzt da haben, und, und, äh, die Entwicklung projiziert auf die nächsten Jahre, ne, also angenommen, die draften jetzt irgendwie ganz normal, alle ungefähr gleich, äh, kriegen irgendwie alle keine Free Agents, sondern es geht eher um, der Kader jetzt, wie entwickelt sich der, dann wäre ich wahrscheinlich bei Oklahoma City, weil ich da eine Menge interessante Leute sehe, ähm, und auch schon, mit Jay Gilders Alexander auch, jemanden, der, der Veteranstütze ist, der auch vor dem Niveau das Ganze macht, aber das ist super schwer zu koordinieren, wenn nicht wissen, was, wen draften die, wie geht's weiter, und fertig sind die Kader alle noch nicht, von daher, aber ich, würde ich da für Oklahoma City entscheiden. Hast du dir womöglich ein Trade von Ben Simmons gesehen mit den Pistons? Deine Meinung dazu? Ne, hab ich nicht gesehen, vielleicht kannst du ja mal kurz in den Chat schreiben, was da genau, äh, passen soll, ich kann ja mal nebenbei hier die Trade Machine aufmachen, und mal schauen, was da überhaupt irgendwie realistisch machbar wäre, denn ich glaube, so viel ist da gar nicht realistisch, okay, gut, natürlich, also Ben Simmons zu den Pistons für Jeremy Grant, jetzt gucke ich aber gerade gar nicht in den Chat, ähm, hast du schon reingepostet? ich hab, falls, jetzt hab ich gerade nicht gesehen, wenn du reingepostet hast, wer da alles dabei sein soll, äh, gerne nochmal machen, ähm, ich streame immer dienstags, eigentlich um acht, heute war es halb neun, weil ich das Kind noch ins Betten musste, und ich nicht so ein Desaster wie gestern erleben wollte, als ich meiner Streaming, äh, Pflichten nicht nachkommen konnte, ähm, also ich meine, klar, könnte man jetzt sagen, Jeremy Grant plus Kate Cunningham, aber das macht ja keinen Sinn, also man gibt ja nicht Kate Cunningham für Ben Simmons ab, also warum sollte man das tun? ähm, ansonsten hat man natürlich hier, weiß ich nicht, also wer wäre denn noch interessant, außer Kate Cunningham, also ich sehe jetzt eigentlich nichts, ähm, ich, also ich, ich weiß ja exakt nicht, also ich wüsste nicht, wie das irgendwie funktionieren soll, also, und augenscheinlich bist du auch nicht mehr da, sonst würdest du mir jetzt ja sagen, wie das funktionieren soll, nee, also ehrlich gesagt, ich sehe nicht, was Detroit mit Ben Simmons wollen würde, ne, du hast mit Kate Cunningham jemanden, der dein Leadguard ist, ein großer Playmaker am Ball, der sicherlich auch der beste Offensivspieler ist, defensiv wird wahrscheinlich nicht auf das Niveau von Ben Simmons kommen, würde ich jetzt mal, ach, Grant Bay, All-in-Nick und ein First-Round-Pick, also ich sag mal so, ähm, also wenn, wenn das jetzt nicht absolut einfach nur vollkommen fahrlässiges Clickbait war, dann hat da jemand aber vielleicht mehr als nur eine Sport-Cola getrunken, wenn er denkt, dass das durchgeht, und was soll das denn bringen, also klar, du hast dann mit, ähm, Jeremy Grant, jemanden, der sicherlich ganz gut neben, ähm, Jordan Beat passen würde, im Sinne von, äh, Shotblocker auch, defensiv bringt er sicherlich einiges, kann auch den Dreier werfen, aber, nee, ich bin nicht Spurs-Fan, ich hab das nur billig im, im Nike-Clearance-Tor gezogen, in Houston, ähm, aber es macht einfach gar keinen Sinn, es macht gar keinen Sinn, also Sadiq Bay ist nicht so gut, dass es jetzt rechtfertigen würde, dass man, äh, diesen Trade halt macht, also für, für die Pistons, von mir aus irgendwie gern, aber auch selbst dafür, nicht macht das irgendwie nicht einen riesigen Sinn, weil der Ball muss in die Hände von Kate Cunningham, und das ist nicht, ähm, der Volume-Shooter, eine, der vielleicht ein Trey Young wäre, ähm, oder ein Damien Lillard oder so, die kann ich mir gut vorstellen, neben, oder Kyrie Irving, die kann ich mir gut vorstellen, neben Ben Simmons, aber nicht das, und wie gesagt, warum denn zu so einem jungen Team mit so einem Spieler holen, der dann auch natürlich eine gewisse User-Trade, also den Ball braucht, das macht mir echt gar keinen Sinn, und du sagst, wenn Darren Murray den Move, also diesen Trade annimmt, dann muss man sagen, dann kann er sich auch eine Clown-Nase aufsetzen, eine Clown-Perücke, hier, warte, warte, Moment, hier, ich bin Darren Murray, so muss Darren Murray dann rumlaufen, das ganze Jahr, weil, dann hat er sich lächerlich gemacht, letzten Monate, mit seinem Trade, ähm, äh, Trade, äh, Jack Fischer, okay, also, es mag ja sein, dass das eher irgendwie, mal diskutiert wurde, angedacht oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich, auf irgendeine Art und Weise, wirklich, wirklich, wirklich im Raum steht, weil es für beides einfach keinen Sinn macht. Würdest du sagen, dass ein krasser Dank im Spiel das Momentum wirklich so sehr shiften kann, wie es Power Energy, Jubel der Danke auch vermuten lässt? Jetzt kann ich natürlich auch da aus Erfahrung springen, ich habe auch schon ein paar Danks gezogen in meinem Leben. Für einen selber ist es natürlich irgendwie geil, weil man einfach sich so unfassbar pusht, also ich wüsste nicht, was einen im Sport mehr pusht als das. Na, vielleicht ein Tor irgendwie im Fußball ein wichtiges, aber, aber selbst dann nicht. Und natürlich, alle freuen sich und so, aber im Zweifel geht ja auch das Spiel weiter direkt, also heißt, du hast gar nicht Zeit, irgendwie jetzt großartig, netter jetzt abzuklatschen, bla, bla, bla. Ich weiß, damals in den USA haben wir gesagt, hey, wenn du mal einen danken würdest in der Highschool hier, dann würde direkt, die Fans sind da, also ja, cool, das kann, das ist vielleicht besser, wenn die Fans nicht da sind. Aber am Ende des Tages, ich habe in der Highschool einmal gedankt, wirklich, da haben die Jungs auf den Rängen getanzt und das war schon geil, aber das war jetzt auch trotzdem mal verloren, leider. Ne, das ist, also gerade in der NBA, wo das ja andauernd vorkommt, so, es ist jetzt wirklich nicht so, dass es so ein totales Lethargiereißen mag mal vorkommen, wenn irgendein Team aus irgendwelchen Gründen irgendwie total flat ist, aber alles in allem ist da nichts, was man, glaube ich, mal sagen sollte, ist da irgendwie einen riesigen Effekt. Wie hoch ist meiner Meinung nach das Ceiling, also das Potenzial der Lakers die Saison? Also ich glaube, wenn alle fit sind, dann können sie ein gefährliches Playoff-Team sein, wenn sie bis dahin gewisse defensive Regeln sich mal vergegenwärtigt haben und die Lineups und Rotation festgezurrt haben, dann können sie Leute überpowern mit eben Westbrook, mit James und mit Davis. Aber, ähm, das ist jetzt momentan eigentlich nicht realistisch, von daher würde ich sagen, Playoff-Teilnahme ist erstmal jetzt realistisch und dann müssen wir abwarten, wie das alles noch ausgeht mit Buyouts, etc. Das ist wirklich eine Frage, die wir erst in, ja wahrscheinlich nach der Buyout-Season irgendwie halbwegs beantworten können. Wie findest du Max Wads? Max ist ein super Typ, weiß nicht mehr auf Seasmax, schöne Grüße, waren damals zusammen in Athen mit 2K, da gab es ja diese, diese geheime, das geheime Reveal des Janis Antetokounmpo auf dem Cover war, der als erster Europäer und das haben sie damals in Athen announced und ich denke, okay, also was dachtet ihr denn, warum die ganzen, äh, IGN und wie sie alle hießen da eingeflogen wurden nach Athen, also die waren ja natürlich vollkommen klar, dass Janis da aufs Cover kommt, das Cover war ja auch schon ein paar Monate vorher geleakt, aber ich hatte damals die Ehre und konnte da halt, hab das gehostet, hab ich da mit Laurie 2K, mit Janis auf der Bühne, das alles und so, also die MC da im Abend, haben wir zwei Tage bis zum Erbrechen geprobt, ganz witzig. Ähm, da war Max von Schauer dabei, Max war auch interviewt damals für 2K, ähm, ja, das war, glaube ich, echt eine coole Erfahrung war, weil bis dahin, glaube ich, gar nicht großartig mit NBA-Spielern und wie sprechen können ähm, und er macht einen Kanal, wie gesagt, ich finde alle Influencer, die, die der Sache helfen, also heißt Basketball, ähm, pushen in Deutschland, finde ich, alles ist gut, ist gut, also, ne, und nochmal, ich weiß, dass da viel Gebyte draußen gibt, so, da halte ich mich aber immer raus und das ist auch nicht meins, ich komme ja nicht aus der Influencer-Szene, ich komme nicht, und ich sage auch nicht aus der Content-Creator-Szene, ich komme ja aus der Journalismus, so, und da gibt es sicherlich auch Konkurrenz, gab es immer, wird es immer geben, aber im Basketball irgendwie auch nicht, weil, naja, es gab nicht so viele gute Basketball-Journalisten, da gibt es überhaupt nicht in Deutschland und, äh, man kennt sich, man, man, man hilft sich, ne, gut, bis auf die Kollegen von den, die eher die Auf, die eher die Anwälte aufeinhetzen, aber, ähm, von daher, ne, Leute wie Max, etc., ist einfach geil, dass die so viel Herzbruch da reinstecken, dass die damit auch Geld verdienen auf YouTube, ist super, ähm, und dieses, du sagst, dieses Gebeite und auch was zu stellen, was dann in so Kommentarspalten abgeht, zum Beispiel, der hat die Ahnung und der hat keine Ahnung und, das ist alles, das ist mir so fucking fremd, das, von daher, Max, guter Mann. Hm, weißt du, wenn jemand einen Airball wirft neben den Korb, ich fange den, ist es dann ein Rebound oder ein Steal? Rebound. Weil es ja ein Wurf war, dann wechselt es, also, Ballbesitz und dann ist es auch ein Rebound. Aber natürlich guckt man, also, das ist ja so auch eine, es gibt natürlich immer so Grenzfälle, wo dann die Scouter draufschauen und dann entscheiden, was es ist, aber in dem Fall, es ist klar. Westbrook Trades, der Deadline, nur ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was, wer den sich holen soll, wenn ich ehrlich bin. Hm. Auf Twitter vernehme ich letzter Zeit vermehrt Ablehnung gegen die NBA. Die Spiele seid unansehnlich und die Liga ein Abfallprodukt mit schlechtem Basketball. Als bessere Alternative wird die EuroLeague immer wieder genannt. Wie siehst du das? Ich denke, man sollte auf Twitter relativ wenig ernst nehmen, weil auf Twitter halt die viele Leute rumlaufen, die, ja, die relativ gewirrige Zeichenzahl da nicht adäquat nutzen können, um gewisse Sachen in den Kontext zu setzen und dann auch vielleicht sogar ihre eigene Meinung so vorzutragen, dass sie nachvollziehbar ist. Und wenn jetzt jemand sagt, die NBA ist ein Abfallprodukt und das dazu steht, das ist dann, glaube ich, auch ein Fall fürs Entfolgen und vielleicht, nicht fürs Blocken, das nicht, aber fürs Entfolgen, weil was soll so ein Blödsinn, was soll das für eine Aussage sein? Natürlich, diese Diskussion, ah, EuroLeague, da wird der gute Basketball gespielt, da läuft der Ball, zack, 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 da wird geballert und all diese Sachen, das ist schön und in der NBA ist nur rauf, runter, bla, bla, bla. Ja, das ist genauso ein Quatsch und Bullshit wie zu sagen, ach guck, in Europa, guck dir die Würste doch an, da finden ja ihn hinter mit beiden Händen nicht, was soll das denn, was soll ich mir solche Bauern da angucken, die ja keine Skills haben? Ist beides komplett falsch. Punkt. Ist einfach so, ich weiß, das wollen viele immer nicht hören, weil die Welt ja schwarz und weiß und 1 und 0 sein muss, aber das ist halt Blödsinn. Man muss ganz klar sagen, die EuroLeague hat einen riesen Vorteil, die Spiele, die einzelnen Spiele bedeuten da mehr als in der NBA, weil es nämlich 82 Sonnenspiele sind, aber man muss auch sagen, zumindest, ich könnte mich jetzt gerne korrigieren, wenn ihr das anders seht, weil ich nicht so super viel natürlich NBA, NBA sage ich schon, nicht so viel EuroLeague gucken kann, aber im Vergleich für mich vor, wie lange ist das jetzt her, sagen wir mal 10 Jahre, ja schon 10 Jahre irgendwie und es sind nicht zwei komplette andere Arten Basketball, kommen gleich zu. Ist jetzt schon zu sehen, dass die Intensität dann doch gelitten hat unter diesem aufgeblasenen Spielplan. Du hast deine nationale Liga, du hast die EuroLeague, da kommst du auch auf deine 80, 90 Spiele, die Bayern haben letztes Jahr was 95 Spiele gemacht und das ist dann, wenn man ehrlich ist, ja dann geht es irgendwann auch nicht mehr und die trainieren ja auch noch und trainieren aber auch immer weniger. Ich habe mit Andrea Tinkieri jetzt ja auch schon zwei Interviews geführt, der meinte, wir trainieren ja kaum. Letztes Jahr, als wir gesprochen haben, nach der Serie gegen Mailand war es glaube ich, hat er ja gesagt, also ich weiß gar nicht, ob wir das nächste Mal richtig trainieren können. Und von daher, das gleicht sich momentan auch schon an. Sind es ja zwei verschiedene Arten Basketball? Nein. Wir sehen natürlich in Europa in dieser Art und Weise, ich sage mal so, Angriffe, die länger dauern. Da sind mehr Pässe dabei, da wird ein bisschen mehr gemacht, sage ich mal, aber die Art und Weise, was da jetzt gemacht wird, ist im Großen und Ganzen ziemlich ähnlich oder fast sogar in fast allen Fällen gleich mit dem zu setzen, was sie in der NBA sehen. Gibt es mal Geschichten wie das Spain Pick'n'Roll, was ja eigentlich aus Jugoslawien kommt, etc. Ja, die dann irgendwann über Umwege den Weg in die NBA finden, natürlich. Coaches im Basketball kopieren Dinge. Aber der Hauptgrund, warum es in der Euroleague oder überhaupt im Fieber-Basketball länger dauert und man eigentlich Snickers braucht dann für einige Angriffe, ist, dass man da eben krasse Zone spielen kann. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, oder halt weiter absinken kann einfach zuständig, sagen wir mal Zone spielen, auch wenn man natürlich 13 in die Manneken spielt. Aber man kann eben weiter sich irgendwie einfach nur Korb stellen, da steht man da. Ist das ja egal. Es gibt ja keine defensiven drei Sekunden. Und dann kommt hinzu, ich weiß, das wollen viele nicht hören, die die Euroleague-Aficionados sind. Also verglichen mit Spielern in der NBA sind ganze Menge Spiele in der Euroleague einfach nicht gut. Die können einfach, also das ist noch nicht mal jetzt ein Diss gegen die. Es gibt ja viele Spiele in der Euroleague, die da spielen, die starten auch. Die können bestimmte Sachen einfach nicht, die in der NBA dann schon eher vorausgesetzt werden. Wir haben jetzt glaube ich diesen Irrglauben, ach guck mal, in der Euroleague, da kann jeder werfen. Da hat jeder irgendwie einen litauischen Großvater, dem das beigebracht hat. Ist aber längst nicht so. So und das heißt, dass du oftmals dann, wenn Wege zugestellt werden zum Korb, weil einfach wirklich einer nicht werfen kann, Scouting gibt es natürlich in Europa. Dass du dann eben weiterspielen musst, weiterspielen, weiterspielen musst, bis du irgendwann eine Chance hast, irgendwie auf den Abschluss. Und die sind aber auch nicht alle geil. Das sind jedes Mal, dass wir die dann durchspielen, die 24 Sekunden, dass am Ende einer hier einen Korbleger macht, weil die europäische Art Basketball zu spielen so unglaublich schlau ist und hat man einen geilen Ableger. Das ist einfach nicht so. In der NBA haben wir viel mehr skiltere Spieler und natürlich auch viele junge Spieler. Das kommt auch nochmal hinzu. Wir haben nicht nur Teams auf höchstem Niveau, die eine Menge Kohle ausgeben, wie es in Europa in der Euroleague der Fall ist. Selbst die auch Ausbildungsteams, das stimmt nicht falsch, aber die allermeisten Teams in der Euroleague sind Teams, da steckt eine Menge Geld hinter, die müssen Erfolg haben, das läuft. In der NBA hast du ja Teams, das ist dann halt wirklich ein Neuaufbau. Ich habe gerade darüber geredet. Detroit, Orlando, Houston, Oklahoma City, das sind Youngster, die spielen gegen Männer, die besten Spieler der Welt und dass es dann auch scheiße aussieht, ist auch vollkommen klar und wenn du dann einfach mal ein Spiel relativ schnell durch ist, sag ich mal, oder hochführst, dann sinkt die Intensität. Das sind so Sachen, das muss man alles erklären und dann kann man sich überlegen, was gucke ich mir lieber an. Das sind nicht zwei Arten, was bei dem Sinne von wie sie spielen, das ist ein Qualitätsunterschied, klar, natürlich. Ich meine, natürlich. Das ist auch so ein Punkt, den ich nicht verstehe. Leute sagen, die Euroleague ist so viel geiler. Alter, wer ist in der Euroleague der beste Spieler momentan? Nikolaj Mirotic vielleicht? Du kannst durchgehen die Liste von den Top-Spielern in der Euroleague momentan. Seit Luka Doncic da weg ist, kannst du da jeden nehmen und in die NBA packen und die sind nicht Starter in allen 30 Teams. Man kann so argumentieren, dass Nikolaj Mirotic wahrscheinlich bei keinem Team starten sollte in NBA, das Ambitionen hat. Und das sind alles so Sachen, die müssen einfach einberechnet werden. Aber da ist vielleicht Twitter auch der falsche Wort, weil bei Twitter ist dann, ich glaube, es waren jetzt gerade mehr als, wie viel Zeichen ist erlaubt? 240? Von daher, sorry Twitter. Das geht halt nicht besser. Nur auf Twitter. Kannst du mal einen Harden-Trade in die Sixers, in die Trade-Machine werfen? Kannst du selber machen. Das ist einfach Tobias Harris plus, I don't know, irgendeiner, der noch ein bisschen Geld verdient. Aber das macht keinen Sinn. Oh, ich weiß ja nicht, wer von euch hier auf wahnsinnig gute Warzone-Streams steht. LfB Gaming hier. Er heißt nicht Flat Eric, aber ich nenne ihn Flat Eric. Das ist ein Kumpel von einem Kumpel, dem ich im Squad spiele. Hat ja einen Kanal und ist jetzt hier, um einfach mega Follows abzugreifen. Von daher täuscht ihn mal nicht. Schöne Grüße. Nächstes Mal gibt es dir ein bisschen mehr Mühe, weil du musst auch, ich habe das letzte Mal glaube ich nicht genau erklärt, Flat Eric, aber du musst auch jemanden töten, wenn wir bei Warzone gewinnen wollen. Von daher, nächstes Mal machst du es besser. Nächstes Mal echt. Melde dich, dann zocken wir. und hätten mich endlich mal als Freund da. Denkst du, die Lakers werden noch Taylor, Tucker und Nunn und einen oder einen von beiden Traden? Ja, ich denke, das ist so ziemlich der einzige Weg, wo sie überhaupt irgendwas Traden-mäßig machen können. Aber die Frage ist da natürlich auch vollkommen, wer will die beiden denn jetzt wirklich haben und für was? Ich denke, sie werden sehr aktiv sein, sie werden alles probieren, sie werden sicher auch probieren, in Westbrook zu traden, aber ich sehe einfach realistisch da keinen wirklichen Deal, der sie dann nachhaltig besser macht. Wie siehst du die Timberwolves dieses Jahr, vor allem D'Lo, eher in einer ungewohnten Rolle als Art Defensive Leader? Als Defensive Leader? Was die Kommunikation angeht. Ich bin aus irgendwelchen Gründen schon mal so ein Partisant und freue mich auf die Entwicklung sehr. Ich habe leider nicht so viele Spiele gesehen, aber dass D'Angelo Russell da ein Defensive Leader ist, sei es nur in der Kommunikation, kann ich mir schwer vorstellen, muss ich mir auch mehr angucken. Aber das ist eine tolle Entwicklung, Chris Finch ist ein super Trainer. Ja, ich hoffe, die schaffen es in die Playoffs, wenn ich ehrlich bin. Ich will die in den Playoffs sehen. Beste Linkshänder aller Zeiten und aktuell. Oh ey, das ist eine Frage, die stellt auch mit dem Falschen. I don't see color und ich sehe nicht rechts- oder linkshänderisch. Also beste Linkshänder aller Zeiten, natürlich ist ein Trikot, könnt ihr hier in meiner Armbeuge hier sehen, ist natürlich Chris Mullin für mich da. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wer momentan Linkshänder ist. Gott, ist das peinlich. Tut mir leid, die Frage kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Timo Boll ist der beste Linkshänder? Das kann natürlich auch sein. Der räumt immer noch ab, ne? Da hätte ich jetzt fast eine Geschichte erzählt, aber die habe ich auch nur. Da müsst ihr mich mal noch zwei, drei Cola erwischen. Dann kann ich euch eine Timo Boll-Geschichte erzählen aus Olympia, die mir mal gesteckt wurde. Aber das ist dann wirklich NBA meets Tischtennis after dark. Heute nicht. Glaube ich, Trey Turner zum West, wie gesagt, nein. Ist auch schon, wie gesagt, schon länger vom Tisch, laut Mark Stein. Westbrook hat seit Anfang ja nur seine Turnover deutlich reduziert, aber auch seine Assists und Punkte pro Spiel sind gesungen. Liegt das daran, dass LeBron nun mehr übernimmt und haben die Lakers noch mehr am Spielsystem geändert? So ein Spielsystem ist ein bisschen das Problem, gerade auch bei den, weil sie haben natürlich kleiner gespielt, mit LeBron auf der Fünf, da macht es natürlich Sinn, dass er auch den Ball vielleicht ein bisschen mehr in der Hand hat. Allerdings habe ich mir jetzt auch relativ wenig komplette Spiele angetan der Lakers. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen, was da jetzt das Ding ist. Was ich denke, naja, jetzt hat er so gesagt, ich spiele wie ich spiele, die Turnover kriegst du bei mir dazu, das gehört einfach da rein. Das war natürlich dann so ein bisschen trotzig fast schon. Vielleicht hat er aber dann auch gemerkt, okay, vielleicht soll ich da echt noch was dran drehen, hat sich ein bisschen jetzt beruhigt. Von daher, aber mehr weiß ich nicht, da muss ich nochmal genau hinschauen. Vielleicht kann ich meine Tochter von einer Rabe Socke überzeugen und so, und hat das seit Wochen, halt, hör auf, ey, da ist eine Spardose für ein Pferd. Letzte Woche kam jemand, der hat dir eine Fototapete mit einem riesigen Pferdekopf ins Zimmer geklebt. ist alles, alles zu spät, ist alles zu spät. Schon mal einen Redraft gemacht? Ja, haben wir in der Five, glaube ich, haben wir ja auch nicht alle gedraftet. Kann man irgendwann nochmal überlegen, aber wieder habe ich das, es ist noch zu präsent bei mir, als dass ich das schon wieder machen würde. Du hast, du hast durch mich Basketball entdeckt, oh wow, das ist das, Respekt, danke, danke für die Info. Das finde ich krass, weil ich frage mich immer so auf Twitch, kriegt man irgendwie Leute, die sich eh nicht dafür interessieren, aber das zeigt ja, hey, das freut mich. Wie ich zum Basketball kam, vielleicht aller Kürze, ich habe lange Fußballspiele als Kind, bis zur C-Jugend, nee, bis zur B-Jugend. Dann hatte ich mir den Arm gebrochen, zweimal in einem Jahr, hier in den Linken und dann hatte ich dann Abstand, also hatte ich Rückstand auf die Leute, die bei mir im Verein da gespielt haben, mit dem Team, die waren alle irgendwie, also ich war auch kurz mal vor Auswahl, aber wirklich auch nur so einmal gescoutet und dann so, nee, der Lange da, das ist auch nichts als Libro. Und dann habe ich dann wieder keinen Spaß mehr gehabt, dann Fußball, bin dann weg und dann ein Jahr gar nichts gemacht und bin fett geworden. Und dann bin ich über meinen Erdkundelehrer damals, der meinte, wenn du keine Fünfe haben willst am Gymnasium, dann würdest du mal zur Basketball AG kommen. Dann bin ich dann 1988 dahin, zur Basketball AG und dachte mir, wenn ich in den Verein gehen will, dann muss ich aber, da kann ich einfach so hingehen, weil ich kam ja aus der Fußballwelt und da kam aus einem Verein, wo halt auch mehrere Auswahlspieler waren in der Mannschaft und da hast du mir gesagt, okay, also dann muss ich irgendwie gucken, dass ich ja trainiere und hatte mein Vorort, also was heißt Vorort, Stadtteil von Wolfsburg, Westhagen, schöne Plattenbausiedlung, hatte dann einen Basketballplatz beziehungsweise auf so einem Tartanfeld, wo auch Tennis drauf gespielt werden sollte und da habe ich dann den ganzen Sommer gespielt und versucht und gemacht und getan und dann, the rest is history und dann, ja, wie es immer so ist als Kind, wenn man was findet, oder als Jugendlicher, da war ich ja auch schon 15, ich habe ja sehr später angefangen, wenn man Erfolg hat, wenn man auch Bestätigungen kriegt, dann steckt man da alles rein und das mache ich ja bis heute irgendwie. Ah, hier eine Menge Fürsprache für Frank Bore, ich hoffe, er liest das. Was sage ich zur Top Ten auf der Nacht? Wo habe ich eigentlich nicht gesehen? Das soll die beste der Saison sein? Dann muss ich mir nochmal angucken, auf jeden Fall. Ja, Westbrook schwächt Lakers krass, das ist schon richtig, aber es ist nicht so, dass wir jetzt da ein perfektes Team, ein gutes Team haben und wenn wir Westbrook jetzt, wenn wir so auf Warp gucken würden, also Value over Replacement, nach Motto, wir packen jetzt normalen 0er 15 Point da rein für Westbrook, sind die dann besser? Ne, weil da wird wieder unterschlagen, was denn Westbrook aber auch gut macht. Dieses Jahr ist viel sehr, sehr Plakatives, Schlechtes, was er macht, das ist ja gar keine Frage, das sieht er, sieht er ein Blinder, aber er bringt eben auch noch ein paar Sachen, das ist halt, das bringt er dann halt so ein, Jalen Brunson bringt es ja wahrscheinlich nicht, würde er dann einen guten Job machen, sicherlich irgendwie schon, aber ich wüsste jetzt eigentlich, dass das jetzt unglaublich viel besser macht, wenn ich ehrlich bin. Heike, was du verpasst hast, ich weiß gar nicht, wann du dazukommst, wahrscheinlich habe ich ja erst Fragen beantwortet, die ersten fünf Minuten hier, von daher wahrscheinlich hast du noch nicht so viel verpasst. Ach, ich habe erst vergessen, dass wir heute ja Buckets machen wollten, habt ihr Zeit jetzt für Buckets? Dann schreibt es in die Kommentare, vielleicht ein paar Vorschläge, ich habe einen Vorschlag schon im Kopf, aber haut mal gerne rein, was ihr sehen würdet, dann, yes sir, das ist gut, hau raus, ja, wen wollt ihr denn sehen, sagt doch mal, ansonsten mache ich Evan Mobley, den habe ich eben schon mal eingegeben. Brunson, okay, ist auch spannend. The Rosen, oh, The Rosen ist auch spannend. Heute würde ich sagen, machen wir zwei. Brunson, Booker, der nächste Teil vom Hell of Game kam heute. Chris Muller, ich kann keine Legenden machen in dem Fall, also Instatter, nur aktuelle Spieler, glaube ich, von so ein, zwei Jahren, rückblickend. Embiid, okay, was haben wir noch? Seth Curry, boah, vielleicht kurz bei den Hoop Heroes war ich damals leider nicht, das ist ein bisschen schade, ist damals immer vorbeigegangen, wenn ich ehrlich bin. Oder hatte ich sogar Training, ich weiß gar nicht mehr, Chris Paul, McConnell, ist McConnell verletzt, was soll man denn dem machen? Schröder, Schröder, warum machen wir nicht mal Schröder? Lass doch mal Dennis Schröder machen, das ist doch eine gute Idee. Ich gebe es mal hier oben ein, Dennis, oh, können die in Ö hier? Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich nicht, Schröder, da sind wir doch. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir gucken uns einfach mal alle Offensiv-Actions an im Spiel gegen die Pelicans, das ist ja präsent, habt ihr ja vielleicht gestern ja auch schon gesehen und dann hoffe ich mal, dass das Ganze jetzt nicht so hakt, wie das, hoffe das war, die Picks okay für euch, machen wir nachher noch eins auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Frage, ich bin Spurs-Fan, heute wurde bekannt gegeben, dass Joe Gabia, Co-Founder von Airbnb, ein neuer Stakeholder, der Spurs geworden ist, die Holt-Familie ist immer noch Haupteinstag, habe ich gelesen, genau, in mehreren Spurs-Frauen geht seitdem das Gerücht um, dass die Spurs möglicherweise planen, zu einem anderen Standort zu wechseln, kannst du dir sowas vorstellen, ich finde die Spurs gehören einfach nach San Antonio. Ich weiß nicht, wo Joe Gabia herkommt, aber das fände ich ein bisschen sehr früh, da jetzt drüber zu diskutieren, solange die Holt-Familie da drin ist. Das ist ja auch nicht so leicht, irgendwie eine Franchise woanders hinzubringen, würde ich jetzt erstmal nicht denken, dass das passiert und ich kann mir die Spurs auch jetzt nicht anderswo forschen als in San Antonio, wenn ich ehrlich bin. Wäre Magic heute immer noch Starter bei einem Contender oder wiegt seine Wurfschwäche dann doch zu schwer? Magic Johnson wäre Abo All-Star, MVP-Kandidat, einer der besten All-Time-Player aller Zeiten und würde starten, natürlich. Man sollte nicht überbewerten, dass Spieler heutzutage viele Dreier werfen. Das ist nicht dieser eine Skill, der andere Skills, die du vielleicht auf elitärem Niveau hast, egalisiert. Überhaupt gar nicht. Und das Coole ist ja, wenn du den Ball in der Hand hast, musst du nicht unbedingt werfen können. Wenn du den Ball nicht in der Hand hast und kannst du nicht werfen, dann macht das Problem von deiner Mannschaft also viel mehr, als wenn du den Ball in der Hand hast, kannst du ihn nicht so richtig gut werfen. Und außerdem bei Magic, wie gesagt, wenn er heute spielen würde, könnte er auch in dem Sinne werfen, dass er bestimmt einen mittelmäßigen Dreier hätte. aber es ist wirklich so, dass die besten Spieler aller Zeiten, die allerbesten, auch jetzt nicht aus der grauen Forte, wie George Michael oder so, die würden heute auch alle funktionieren, wenn wir uns die Karriere von, ich meine klar, bei Magic ist es ein bisschen schwer, das letzte Jahr, 95, 96, da trifft er halt 38 Prozent, aber er trifft auch 1989, 90, 38 Prozent. Und das sind so die Jahre, wo er überhaupt ein paar Dreier nimmt. In den anderen beiden Jahren, wo er auch viel mehr nimmt, so 31, 92 Prozent. Naja, und von den Jungs laufen eine Menge Leute in der NBA rum, die ganz gutes Geld verdienen und auch große Rollen spielen, nur die sind halt nie Magic Johnson und haben nicht das absolut, die Gabe, Teams besser zu machen, Mitspieler besser zu machen. Von daher, natürlich würde er heute Staaten überragen, abzerstören, das ist gar nicht die Frage. Für die Trade-Gerüchte um Dennis Schröder nicht, ganz kurz, da geht es nicht um den Job, den er für die Celtics macht, es geht darum, dass die Celtics ihn nächstes Jahr eigentlich in den Vertrag nehmen können, außer sie schaufeln unglaublich viel Platz mit einem Seller-Cap frei, um ihm das Geld zu geben, was er wahrscheinlich verdienen wird. Und wenn sie es nicht können, dann würde es Sinn machen, vielleicht zu sagen, okay, dann traden wir ihn jetzt, wir werden eh nicht Meister, vielleicht für zwei Zweitrunden-Picks und ein junger Spieler oder ein junger Spieler und keine Picks oder sowas. Das ist die Idee dahinter. Nur deshalb. Welches Stadion bietet für dich das beste Gesamtpaket, Spektakel, Zuschauer, Stimmung, Essen, Aktivitäten, New York, Madison Square Garden? Bin ich im März? Freue ich mich drauf? Habe ich schon öfter beantwortet. Ich verfolge Bassman nicht so lange, als ich gesehen habe, dass 2010, 2011 Der Gross MVP wurde, habe ich mich etwas gewundert, haben seine Leistungen diesem MVP-Award gerechtfertigt oder eher ungerechtfertigt. Mein anderer Kandidat war natürlich LeBron. LeBron hat damals wehgetan, dass es diesen Fallout von Der Decision gab. Da haben für meine viele Wahlberechtigte gesagt, okay, pass auf, wenn du so dahin gehst, und dich so aufführst, dann kann ich für den nicht stimmen. Das sollte sicherlich nicht so sein. Deswegen wäre es vielleicht besser, wenn welche Roboter hätten, die da abstimmen. Aber Narrative, ja, hängen halt viel damit zusammen. Kann es ja auch sein, dass manche das gerechtfertigt haben, interner Motto. Ja, gut, spielt der LeBron mit Wade zusammen und mit Bosch. Also das nimmt sich irgendwie auch weg, wie wertvoll kannst du sein, wenn vielleicht die anderen beiden zusammen trotzdem 5,50 Spiele gewinnen. Aber ich glaube, wenn das alles nicht, also wenn das The Decision nicht passiert wäre, dann wäre sicherlich LeBron MVP geworden. Aber ich fand es auch nicht, dass Derrick Rose das sich ergaunert hätte oder so. eine Sache hier, weil er noch geschrieben hat, jetzt hier gerade, das sehe ich jetzt gerade, hin zu den Spurs, äh, zu den Spurs, zu den Cavs von LeBron. So schlecht fand ich die Cavs gar nicht. Klar, keine Alls, das ist aber ordentliche Roleplayer. Darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, bei so einer Mannschaft wie damals mit Ilgauskas, mit Bubi Gibson und Sascha Pavlovich und Wieserle hießen. Das können alles tolle Roleplayer sein. Wenn sich keiner von denen einen Wurf kreieren kann und du einen hast, der das alles für alle machen muss, dann muss man sagen, dann ist das keine geile Truppe. Wenn du ein Rollenspieler bist, du kannst in deiner Rolle ein Star sein. Wenn es diese Rolle aber in diesem Team nicht gibt und du außerhalb deiner Rolle agieren müsstest, um zu funktionieren, dann wird das nicht klappen für deine Mannschaft. Und die waren damals Trash, wenn LeBron nicht drauf war. Und ohne LeBron wären die auch, also wenn LeBron mit irgendeinem anderen All-Star ersetzt hättest, wären die nie im Leben in die Finals gekommen, das ist eine Mal, wo sie da waren, wären nie im Leben überhaupt ein Team gewesen, über das man geredet hätte. Und es war einfach in dem Sinne ein Team, die haben ihm echt da wehgetan, LeBron im frühen Jahr, weil sie ihm nicht den richtigen Spieler zugepackt haben und keinen Zweiten da gefunden haben. Und deswegen geht er im Endeffekt auch. John Ramp mit dem jungen Derrick Rose verglichen. Siehst du auch das Potenzial? Habe ich ein paar Mal gesagt, ganz schnell, klar, die springen beide hoch, aber Moran trifft seinen Dreier, das macht natürlich Derrick Rose überhaupt gar nicht. Ich finde auch, dass die Art und Weise wie Rose immer so abgestoppt und gewendet ist und so anders ist als bei Moran. Westbrook war auch so eine Comparison, aber das war einfach nur, weil es einfach athletische Point guards gab und so viele hatten sie bisher nicht. Ich sehe eigentlich John Moran da stilistisch schon sehr weit weg von den beiden im Endeffekt. Ich bin gespannt, was es hingeht, weil ich finde er ist jemand, der noch sehr oft sehr naiv und sehr jung spielt und da würde man sich wünschen, dass es ein bisschen erwachsener wird. Das klingt jetzt so blöder, ist gar nicht so gemeint, weil dann ist er glaube ich auch ein besserer Basketballer. So, da sehen wir jetzt gerade glaube ich die ganzen, jetzt sind wir erst bei der Frage von den Mavs wohin. Ei, ei, ei. Wie würdet ihr das finden, man tradet Kyrie zu den Lakers und Westbrook zu den Brooklyn also eintauschen? Was soll denn die Nets mit Russell Westbrook? Also Westbrook hat Qualitäten, natürlich, keine Frage, aber es ist ja keine Qualität, das habe ich auch schon ein paar Mal hier gesagt. Ich liebe den Typen, dass der rausgeht jeden Abend und sagt, ey, wisst ihr was, ist mir scheißegal, ob es Spiel 1 ist oder Spiel 25 oder Spiel 82 oder Spiel 150 von der Saison. Ich bin hier, um einfach alles, was drin ist, auf den Boden zu lassen. Ich gebe hier Vollgas, ich ballere hier durch, ist mir scheißegal, ob wir mit 20 gewinnen oder 20 verlieren, ihr kriegt immer 150 Prozent. Respektiere ich unendlich, er hat große physische Qualitäten. Wenn der zum Korb gehen will, Alter, musst du echt aufpassen, dass du dann nicht zwischen ihm, wie wir gestern gesehen haben, bei Gobert und ihm im Ring stehst. Nur, es kommt mit ihm regelmäßig, auch schon in Oklahoma City, zu dem Punkt, wo es dann in die Crunch-Time kommt, wo richtige Entscheidungen getroffen werden müssen und dann immer wieder hakt es bei ihm aus. Man kann ihn geil finden, man kann Fan sein, aber man kann nicht argumentieren, dass Russell Westbrook in hochschwierigen Umständen, die die Playoffs zum Beispiel darstellen, Winning Basketball spielt. Und deswegen brauchst du ihn nicht, wenn du die Nets bist. Klar, spielt er öfter als Kai Irving, außer er lässt sich noch impfen, aber das wäre nicht der einzige Grund. Und die andere Problematik ist, wir haben Westbrook und Harden schon in Houston gesehen, Westbrook ist nicht jemand, der absolut das Ball super funktioniert, tut er gerade bei den Lakers auch nicht, also es gibt auch wirklich keine Upside, ihn danach nach Brooklyn zu holen, überhaupt gar keine. Die Lakers sind ja natürlich frohend über Irving. Was haben wir denn hier noch? Warum bekommt Tyson nicht mehr Spielzeit? Ist ein kluger, vielseitiger Spieler. Ja, denke ich auch, wird getradet werden. Sie wollen den Youngstern ihm die Zeit geben. Ich denke, er wird ein neues Team haben vor dem 10. Februar oder spätestens am 10. Februar. Und das Team kann sich dann freuen, weil er ein intelligenter, vielseitiger Spieler ist, der Team-Defense verstanden hat. Irgendwann hast du beziehungsweise ihr mal ironische Bemerkungen über Jeff Teague gemacht. Versteht er durchaus seine Schwächen, aber zu seiner Prime war er auch schon recht gut, oder? Ja, seiner Prime. Aber die Prime war ja nicht vergangenes Jahr in den Playoffs. Und in den Finals vor allem. Da war er ein klarer Risikofaktor. Wann immer er reinkam, waren die Bugs schlechter. Von daher, darum ging es. Es geht ja nicht, wenn man, das war ja unsere Five-Show zu den Finals, da ging es ja nicht darum, dass wir die Karriere von Jeff Teague eingeordnet haben, sondern die aktuellen Leistungen. Und da muss man sagen, da war er einfach nicht gut. Da hat er seinem Team wehgetan und deswegen war jede Minute, die er gespielt hat, keine Gute für Milwaukee. Was ist eigentlich Pogoszewski los? Ja, das ist, glaube ich, einfach jemand, der ein bisschen zu seinen Grenzen kommt. Gerade bei diesen jungen Spielern, auch so ein besonderer Spielertyp wie er. Naja, da gibt es auch mal Rückschläge. Körperlich muss er natürlich auf ein anderes Level noch kommen. Und es ist so ein bisschen aus dem Punkt bei jungen Spielern, die so viele Fähigkeiten haben. Also er kann ja unglaublich viele Sachen, die man ihm gar nicht zutrauen würde. Werfen, dribbeln, Pässe, Zauberdinger, whatever. Und dann kommt man an den Punkt, du kannst sie ausprobieren, natürlich früh in deiner Karriere sollst du auch das Ganze kultivieren, aber da kommt man an den Punkt, wo man so sagt, okay, aber was kannst du wirklich richtig gut? Was ist deine Nische? Und manchmal fällt es Spielern da schwer, zu reduzieren, um dann halt wirklich deine eigene Rolle zu definieren, die auch auszufüllen. Ich glaube, an dem Punkt ist er jetzt gerade. Aber man muss abwarten. Gibt es für Trainer eine Art Salary Cap? Nein, man kann es wie zahlen, wie du willst. Was haben wir noch? Ein realistischer Ben Simmons Trade. Wir können es gerne nochmal machen. Also realistisch sehe ich zwei Sachen. Zum einen, wenn man jetzt sagen würde, okay, wirklich, man will irgendwie, Atlanta will ihn unbedingt haben, da haben wir die 33 Millionen und dann jetzt ist es natürlich, ich habe schon einen Trade natürlich von Cam Reddish. Jetzt muss man mal gucken, wen würde man jetzt abgeben wollen. Ganz, ganz schön. Ich finde John Collins auch jetzt nicht den besten Fit, vor allem, wenn Tobias Harris noch da ist. Also ist es dann vielleicht eher sowas wie Bogdan Bogdanovic, Tandilu Galinari und DeAndre Hunter. Sowas. Das sind 46 Millionen, das ist ein bisschen viel. Dann sagen wir mal, wahrscheinlich ist es dann, oder man nimmt Galinari vielleicht zurück und sagt, ihr kriegt noch Deal on Right. Da läuft der Deal aus. Sowas könnte funktionieren, denke ich mal, wäre jetzt aber auch zu wenig, wahrscheinlich für für Filio. Man müsste auch hier natürlich mal gucken, also Hunter muss man da bald bezahlen. Ich glaube wirklich, ehrlich gesagt, also für mich immer noch der Trade, von dem ich denke, dass der am sinnvollsten ist. Was ist mit Darren Fox, will man den haben? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also würde ich wahrscheinlich bei die Yield darüber holen wollen und dann ich denke, sowas muss dabei sein und dann vielleicht irgendwie als Salary Cap Füller sowas in der Art. Das sind so Sachen, die ich mir vorstellen kann. Das heißt aber nicht, dass das funktioniert. Also wie gesagt, wer holt sich momentan Ben Simmons unter all diesen und unter all diesen Problemen. Kann Rich Paul nicht bei jedem Trade, der in Ben Simmons nicht gefällt, einfach dem interessierten Team zuflößern, dass sein Wechsel seinen Mental Health Problem nicht helfen würde und entscheidet Ben damit eben nicht Moral letztendlich, wenn es geht? Natürlich kann man sowas machen, nur die Frage ist ja, will sein Klient irgendwann nochmal richtig Geld verdienen? Denn wenn Daryl Morey sagt, pass auf, wir wissen ja auch, was hier gespielt wird. Ich meine, es ist nicht so, dass es keiner erfährt, dass es, wenn sowas gesagt wird. Und dann, also was ist denn dann? Wenn Mori sagt, pass auf, ich lasse mich hier nicht verarschen von euch, wenn ihr harte Bandagen irgendwie am Start habt, habe ich die auch und dann machen wir es nochmal so, wir traden einfach gar nicht. Du hast noch Vertrag, was waren es noch? noch vier Jahre. Dann bleibst du einfach hier. Du kostet uns ja kein Geld. Dann ist einfach so. Dann sitzt du halt hier rum. Ich werde an dir ein Exempel statuieren, wenn ihr mich hier verarschen wollt. Das kannst du ja auch machen. Von daher, wenn Ben Simmons einfach nicht mehr Waspoll spielen möchte, dann kann er das gerne tun. Klar, es ist eine Frage von, wer gibt da als erster nach? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Rich Paul, Rich Paul wäre auch ein verdammt schlechter Agent. Und Rich Paul ist derjenige, der jetzt, in der Situation gerade, sorry, der hat für meine Begriffe am meisten zu verlieren, wenn ich ehrlich bin. Weil, was wurde der nicht hochgejubelt? Das ist der geilste Agent, da musst du sein, der Typ, der ist es. Der hat AD rausgebracht aus New Orleans oder so. Ganz ehrlich, AD hat sich selber nach LA gebracht. Das war auch alles unschön, das war auch, eigentlich auch scheiße, wenn wir ehrlich sind, das war eigentlich auch James Harden mäßig, was er da gemacht hat. Vielleicht eine halbe Stufe drunter, aber schon im gleichen Ballpark. Und wenn er jetzt aber die Nummer Ben Simmons so verkackt, momentan verkackt er die komplett, dass sein Klient dann einfach irgendwo landet auch, wo er nicht hin will, dann sage ich ja mal davon aus, dass das nicht funktioniert. Oder es hat dieses, dieser Putt da jetzt weiter existiert und sein Kollege einfach so viel Geld verliert, dann kann ich mir vorstellen, dass es einfach auf Klatsch auch einfach negativ zurückfällt. so und deswegen, der wird, glaube ich, eher darauf, also, ich sag mal so, ich glaube, das Ideale, du wirst zu sagen, ist doch Ben, wir müssen jetzt hier raus aus Philly, ist erstmal egal, wo wir hinkommen. Wir müssen da abliefern, wir müssen produzieren, wir müssen zeigen, wir sind ein Musterprofi, du kannst ein Team besser machen, du hast einen Defiziten und dann schauen wir weiter, was passiert. Wenn wir wirklich nochmal Trade irgendwie einstehlen müssen, dann kriegen wir das hin. Aber er muss erstmal jetzt den sauren Apfel beißen, das muss er seinem Spieler auch sagen. Wenn er das nicht sagt, ist er einfach kein guter Agent, Punkt. Ist LeBron nicht Simons-Befürworter? Na gut, er ist der beste Freund von Rich Paul, von daher würde ich sagen, er ist ein Befürworter, aber das heißt ja nichts. Natürlich würde er zu den Lakers passen, wir haben nur nichts, was wir für ihn traden können, außer E.D. Oder Westbrook? Ah, Westbrook braucht keiner. Komplett gesponnen. Denkst du, es würde die Möglichkeit einer Big Three in Philadelphia geben? Lillard, Harden und Embiid. Denkst du, Darren Morris hat so einen Plan für die Komponenten? Ne, wie soll das funktionieren? Also du müsstest ja Tobias Harris für den einen tauschen und Ben Simmons für den anderen. Sehe ich nicht als realistisch an. Und ich wüsste noch nicht, ob das gut funktioniert. Dann hast du zwei zwei Guards, die beide eigentlich den Ball in der Hand brauchen, die beide nicht gut verteidigen und eigentlich hast du mit Embiid ja, in dem man eigentlich am meisten Würfe nehmen sollte. Ne, ich glaube nicht, dass das A, realistisch oder B, das funktioniert. Start, Bench, Cut, Hakim, Shaq, Jokic. Hakim, Start, Shaq, Bench, Jokic, Cut. Jokic ist aber nicht der, war nicht diese, diese Naturgewalt. Selbst im heutigen Spiel würde ich die ersten beiden einfach klar favorisieren. Jokic, Passing, keine Frage, aber die anderen beiden sind weiter vorne. Auch wenn es natürlich krass, krass schwierig ist. Kenne ich Basketball Time Machine? Ne, kenne ich nicht, ehrlich gesagt. WGVS-Tapes hatte ich außer den Jordan-Tapes. Superstars 1, 2, Dazzling Dunks, Basketball Bloopers 1 und 2, was gab es da noch? Furious Finishes und so. Da gab es einige auf jeden Fall, die ich hatte. Pacers im Rebuild, oder? Malz Turner jetzt verletzt, wird nicht getradet werden, denke ich mal, mit seinem Ermüdungspuff, was es wohl ist. Von daher, nö, kein Rebuild, haben sie auch gesagt. Wenn wir traden, traden wir für Spieler, das wird dies ja die Playoffs erreichen. Also es ist eher ein Restock als Rebuild. Du wusstest bis heute nicht, dass ich auch noch streame, das mache ich schon anderthalb Jahren. Aber ja, die Zeit ist momentan ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass ich alles so weiter durchziehen kann. Vielleicht muss ich irgendwann mal eins, mal ein bisschen zurückstehen, aber mal gucken. Bisher läuft es noch. Wir wissen nicht, was gesagt wird. Bei Kate, sich da hinzustellen und so zu zeigen, fand ich auch drüber. War sein zweites T, wenn es das erste gewesen wäre, hätte keiner was gesagt. Kontext ist immer spannend oder wichtig in dem Fall. Aber was wird gesagt? Wenn er irgendwie sagt, pointet und sagt, fuck you ey, Bitch, du blockst mich nicht. Klar geht er dafür runter. Ist aber auch, glaube ich, ein Lernprozess von den jüngeren Spielern. Ich pimm bei den leckersten mal ein, quasi der Celtics-Effekt. Irgendwie ist das nicht so geil zu schauen. Das stimmt. Es sind ja nicht immer die Pferde, die mich so leiden lassen. Es ist immer ohne Thematik und den ganzen Tag läuft irgendwie der Horse Club, Hörspiele oder Bibliotina oder es wird Soja und Raven geguckt und dann auch immer nur die Folge Valentinstag und ich bin aber was repetit, repetit, ist was ich meine. Wie es Wiederholungen angeht, ist nicht so gut. Wie oft spiele ich heute noch? Momentan wenig. Ich zocke ja auf meinem Freiplatz hier im Garten, wenn es geht, aber jetzt bei dem Wetter macht es einfach keinen Sinn leider. Aus meiner Top-Investition vom ersten Lockdown, du meinst die Battle Robs, habe ich glaube ich drei, vier Mal gemacht, gehabt wirklich bisher. Liegen auch draußen. Moes Entwicklung. Ich glaube Moe mittlerweile ist ja so alt ja auch schon in Anführungszeichen, er ist jetzt der Spieler, der er ist. Man kann immer sich Sachen dazulernen, Sachen optimieren. Zuletzt hatten ja er und Franz zusammen dieses wahnsinnige Spiel, was haben sie gemacht, 45, 46 Punkte. Er wird jemand sein, der offensiv immer in der NBA funktionieren wird und Sachen halt einfach auch, der einfach auch, wie soll ich sagen, der wird immer seine Punkte machen, der weiß, wo der Korb hängt. Hinten ist das eine Problematik, aber auch ein Team, wo das halt aufgefangen wird. Das ist das Wichtige, aber ich glaube nicht, dass er jetzt dann wirklich komplett ein anderer Spieler wird oder so. Habe ich Karten für die EM in Köln? Ja, ich werde mich akkreditieren lassen. Wird dann da sein, klar. Bei einem Blick auf die besten Rebounder vielmehr auf, dass die Top 5 allesamt Europäer sind. Grundsätzlich sind viele Center-Bigs in der Liga international, also nicht US-Amerikaner. Woran liegt das? Die Ausbildung ist anders, denn dass es großartig US-Center geben kann, hat die Vergangenheit gezeigt. Ja, natürlich. Ich meine, traditionell, die Spieler, die aus dem Ausland in die USA in die NBA kamen, waren ja erstmal zum großen Teil längere Spieler. Längere Spiele, da gibt es natürlich weniger in der Welt von. Von daher ist das Angebot nicht so groß, Konkurrenz nicht so groß, so kann man das erklären. Momentan fällt es natürlich schon irgendwie auf, dass wir nicht viele Center haben. Ich glaube wirklich, dass in den USA, was die Big-Man-Ausbildung angeht, dass es leider so einen kompletten Shift gab, dass man alle, klar ist in Europa auch so, man bringt Leuten bei, spielt draußen, wirft, macht Drehblings, etc. Und dann bleiben andere Sachen hinten, fallen hinten drunter so. Aber dass jetzt eine Erklärung ist, warum das jetzt keinen guten Big-Man momentan gibt, ich denke, da werden ja welche kommen irgendwann. Manchmal ist es auch so eine Wellenbewegung, weil es eben auch, wie gesagt, es gibt ja nicht Seven-Footer wie Sand am Meer. von daher mal gucken, was so kommt. Jetzt Chad Holmgren ist ja jemand, der jetzt kommt. Deshalb glaube ich, ist der Kanadier, ist der Amerikaner, ich glaube, ist der West-Amerikaner. Kannst du das neuem Buch sagen? Nur, dass ich noch keine Zeile geschrieben habe und dass ich ja schon hinten dran bin, leider. Tatum und Brown, also das sind noch Sachen zu den Dingern. Grüße aus Hannover, Grüße nach Hannover. Endlich spielt Kleber neben KP in der Starting Five. Ja. Und die Mavs holen sich 9 zu 1 Siege in den letzten 10 Spielen. Können die Mavs durch ihre starke Tiefens auch noch in die Playoffs überraschen? Also, haben wir gerade schon gesprochen. Kommt sich mal drauf an, natürlich, nur so ein bisschen, was die Matchups sind, aber zweite Runde auf jeden Fall haue ich ihnen zu und dann kann eh alles passieren. Verletzungen, Covid etc. Ja. Welche Saison hat Durant LeBron als bestes Spiel der Liga abgelöst? Ist nicht der beste Spiel der Liga Jannis Antetokounmpo gerade? Ich glaube, bei Durant können wir darüber eigentlich ehrlich gesagt gar nicht sprechen, weil Durant eigentlich jedes Jahr seit seiner Verletzung in den Finals verletzt ist, mehr oder weniger. Also, er ist der beste Scorer der Liga. Das ist ja schon länger. Da hat er LeBron schon länger abgelöst. Aber LeBron ist überhaupt jemals der beste Scorer. Aber um ihm so einen Titel zu geben, beste Spieler, da muss er einfach fit sein und dann spielt er mir einfach zu wenig. Was mit Corley Stein ist? Was soll mit dem sein? Weiß ehrlich gesagt nicht, was mit dem ist. War John Collins schon ein Thema? Nicht so wirklich. Sieht nach einer schwachen Song von ihm und Atlanta aus, sind da ein Silentrat im Aussicht. Die Gerüchte gibt es ja auch mit Ben Simmons, wo ich nicht sehe, wie gesagt, warum John Collins da jetzt mit Tobias Harris neben Beach spielen soll. Aber er wurde gewaved. Ja, konnte ich sagen, gewaved ist ja gut. Ich fand ihn eh nicht wirklich brauchbar in Dallas und Marquise Chris. Ist ein bisschen variabel auf jeden Fall. Ja, Collins war einfach unzufrieden. Er sagt, ich kriege den Ball nicht, wir spielen nicht zusammen, etc. Das ist immer die Frage, ist er jetzt so der Kanarienvogel da in der Mine und ist er derjenige, der so anzeigt, was läuft hier schief? Oder ist er jemand, der ein Problem hat, weil er nicht genug den Ball kriegt nach eigener Ansicht und da den Rest so ein bisschen runterzieht? Das weiß man halt nicht. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn er getradet wird, ja. Aber man muss sich dann sicher sein, dass man den haben will, weil der hat ja gerade eine Verlängerung unterschrieben. Wie sollte Westbrook Deinermann nach spielen, dass er endlich auch mal Winning Basketball in den Playoffs spielt? Nur noch zum Korb ziehen? Nö, 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 nö. Winning Basketball heißt ja nicht, dass du aber nur eine Sache machst. Winning Basketball heißt, okay, du spielst aber Basketball mit einer gewissen Intelligenz, mit einer gewissen Konsequenz und mit einfach einer gewissen Übersicht und Ruhe. Und das sehe ich bei ihm einfach nicht. Ich sehe bei ihm die Fehler, die er macht, sind ja nicht Fehler, wenn er sich auf den Fuß dribbelt oder den Ball ins Auspasst, weil er einfach das nicht kann. Das ist es. Und ich sehe bei ihm immer Fehler wie, er nimmt die Wirkung zur falschen Zeit. Das, was zum Beispiel LeBron natürlich wahnsinnig gut macht, er sagt, okay, also ich weiß genau, wie ich die Defense manipulieren kann. Wenn ich hier jetzt im Pick'n'Roll laufe, wir führen auch bei den Buckets mit Dennis. Ich dribble hier rein, dann ziehe ich die Verteidigung one pass away und dann geht der Ball da raus. Das sind so Sachen, das sehe ich bei ihm einfach, wenn überhaupt, nur in Ansätzen und das ist viel zu wenig und dann diese Turnover, die er dann produziert, die defensiven Aussätze in wichtigen Phasen. Das hat viel mit Verständnis zu tun und mit Konzentration, aber woran es bei ihm wirklich in dem Moment liegt, weiß ich nicht, weil er spielt schon Ewigkeiten in der NBA und das ist ja auch nichts, was man so an einem Tag lernt und an einem Jahr und ich verstehe nicht, warum das bei ihm nie wirklich so angekommen ist. Habe ich Dan Marlies Strieel so geliebt? Ja, die Dreier damals waren natürlich wild, die er genommen hat. Geiler Typ auf jeden Fall. Was halte ich von einem Trade von je einen First-Round-Pick und Second-Round-Pick zu den Pacers gegen Caris LeVert. Ich glaube nicht, dass die Pacers von ihr wollen, auch wenn da zwei Picks dabei sind, aber es sind ja auch keine Picks, die früher irgendwo sind. Ne, da glaube ich, da kriegt man einen besseren Spieler und einen, der nicht so einen langen Vertrag noch hat wie von je. Yields sollte schon länger gehen und der gibt es halt von der Bank halt Shooting. Aber Sacramento ist eher alles ein bisschen drunter und drüber. Beste Agent-Move von Rich Paul war sich Adele zu angeln. Ja, Adele ist geil, das muss man sagen. Ich finde die super. Ich weiß nicht, ob ihr die bei Sally Nightlife gesehen habt vor einem guten Jahr, glaube ich, vor einem halben Jahr. Richtig geil. Die Bulls sind Erster, aber 13. haben Adjusted Net Rating in der NBA noch hinter den Celtics, während sie in den Playoffs zerfleischt. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Man kann natürlich schon erkennen, so ein bisschen bei so Net Rating-Geschichten, okay, also wie weit überperformen Teams vielleicht momentan oder underperformen sie. Also, das ist natürlich was was man und man genauer hingucken kann dann vielleicht. Aber das heißt ja lang noch nicht, dass ich, wenn ich in den Playoffs komme, ich spiele in gewisse Mannschaft, die ich vielleicht auch in dem Jahr, wenn es krass kommt, viermal geschlagen habe. Warum soll ich die dann nicht schlagen? Nur weil ich mit Justin Net Rating gegen die ganze Liga irgendwie nicht so gut darstelle, wie mein Tabellenplatz aussieht. draußen sagt das natürlich überhaupt gar nicht aus, ob ich vielleicht einen Covid-Anfall hatte in der Mannschaft zum Zeitpunkt, wo wir gegen schlechtere Teams gespielt haben, die ebenfalls Covid-Anfälle hatten und haben so ein bisschen rumgegurkt. Und die Saison ist eher ein vieles funky. Ne, ich würde nicht sagen wollen, dass ich dass das jetzt da einen großen Einfluss hat. Sind die für mich absolut Titelkandidaten? Nein. Selbst wenn alle mit dabei sind, gestern haben wir eine Menge gefehlt. Glaub ich es nicht, weil sie von der Bank nicht noch Power bringen. Und ich weiß nicht, wie Vucevic funktioniert defensiv, aber das hat wenig mit dem Net Rating zu tun. Glaubst du, dass lange Dolan Besitzer der Knicks bleibt, jemals ein Hochgeräter zu den Knicks gehen wird? Naja, was ist denn mit Kamerl Anthony? Ist das kein Hochgeräter gewesen? Da war ja Dolan auch noch Besitzer. Natürlich ist er jemand, der niemand anzieht. Aber das war ja die Idee mit Thibodeau und mit Rose, dass man sagt, man macht es erst mal ein paar Jahre tolle Arbeit, man erreicht die Playoffs, man hat eine gute Kultur und dann kommen vielleicht der Hochgeräter. Aber dann muss man hier auch Platz in einem Salary Cap haben und den muss man erstmal ja haben. Ich sage, die Vorfälle, die du auch ansprichst hier mit Spike Lee und mit Oakley, die wirken natürlich schon nach, aber ich glaube kaum, dass das da jetzt jemand, der wirklich Bock hat, da drauf. Du musst jetzt aber Bock haben, nach New York zu gehen, da zu leben. Das ist ja auch ein eigenes Leben da in der Stadt. Ich meine, ich finde die Stadt geil, aber ich wohne da ja noch und ich bin ja nur zu Besuch. Von daher muss man abwarten. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass Leute da hingehen. Welchen Spieler hast du mal getroffen, wo du danach dachtest, geil, das wäre echt nice? Ja gut, vor allem natürlich Dirk, man sollte darüber reden. Chris Mullen, mein großes spielerisches Idol, damals in 2001 in Oakland noch, das war geil. Irgendjemand, wo ich noch nicht so viel von erzählt habe, Paul Kasuchel, die Story kennt ihr alle, das war natürlich sehr geil auf eine andere Art und Weise. Gut, Moritz Wagner, aber den kennen wir ja schon bevor er in der NBA war. Was NBA-Spiele angeht, Alan Iverson damals war kein richtiges Treffen da beim All-Star-Game. Richtiges Treffen. Sean Marion war geil, muss ich sagen. Ja, üblich Verdächtigen. Also wird deine Tochter ein Mavs-Fan. Vielleicht sollte ich das echt mal machen, dass ich dir dann mal Fotos zeige von dem Maskottchen. Wann gibst du den Eichhörnchen mal das Mikro? Ich sage mal so, wenn die wirklich da jetzt einziehen, da an diesem Eichhörnchen haupt, dass es schon ein Jahr an dem Baum hängt, vielleicht sollte ich echt mal ein kleines Mikro anbringen, mal gucken, was die so zu erzählen haben. Boban spielt so wenig mit noch nie in der NBA. Wie kommt er zu mehr Spielzeit? Wäre der Euroleague ein Start? Ja, der Euroleague würde, denke ich, auf jeden Fall starten. Wenn Walter Tavares da startet, dann kann sicherlich auch, ich hoffe, der startet noch, oder? Das ist echt blöd Sinn. Ach, ich höre nicht einen Livestream 24-7. Wahrscheinlich würde ich da mehr Abonnenten haben, als ich in diesem schimmeligen Fragen-Stream jede Woche. Ja, er würde auf jeden Fall der Euroleague starten in der NBA. Boban ist natürlich denkbar ein schlechtes Team eigentlich. Sie haben eine Menge Big Men und er ist ein situational player. Das ist ja einfach so, dass er jemand ist, der dann reinkommen kann, der kann die 10 Minuten dominieren, gegen gewisse Lineups und dann kommt er wieder runter. Aber in den Playoffs hat er es ja auch gesehen. Von daher ist das eine Geschichte, die bei ihm immer so sein wird in der NBA. Wann wird Dre Fuchs Sports Illustrated getradet? Ich war beispielsweise, als wir mit Five aufgehört hatten, hatte ich eine Mail bekommen von dem Verlag, der das da macht. Weil oft ist ja so, bei solchen Geschichten in Magazinen pleite gehen, dass man dann die Abos veräußert und dann ein anderes Magazin anbietet. Hey, wir können denen dann unser Heft schicken und dann müsst ihr die nicht bezahlen und so. Das war aber schon ein bisschen zu spät. Da war das alles schon durch, aber da habe ich mich lange unterhalten mit dem Chefredakteur und auch mit der Herausgeberin. Das war ein super cooles Gespräch. Auch ein bisschen von unserem Heft erzählt und fand ja auch geil die Idee. Von daher gibt es da Kontakt, aber ich bin ja jetzt quasi, das wäre jetzt die richtige Analogie. Also ich bin ja Free Agent sowieso, ich bin ja frei selbstständig alles, aber wahrscheinlich bin ich ja eher jetzt Owner oder Governor und da wird man ja nicht getradet. Decision Making ist auch ein Skill. Das war sicherlich noch ein Kommentar zum Thema Westbrook. Da hast du vollkommen recht. Dortmund ist ein Pokal gegen St. Pauli raus? Das wird auch den Felgenralle sicherlich freuen, denke ich. Kaum ist Bam zurück, sieht Big Yurt also über Yurt Seven keine Spielzeit. Ich hoffe, der ist morgen Bams Backup. Hey, ist alles kein Problem. Yurt Seven hat, ist eigentlich richtig, wie ich es ausspreche, Yurt Seven? Oder ist das falsch? Ich weiß nicht. Aber der hat mal gezeigt, hey, so geht, ich kann das, ich funktioniere, das ist alles, was sie mal irgendwie wissen müssen. Die werden den aufbauen, der wird eine tolle Karriere haben, bin ich mir sicher. Wirst du eigentlich reich mit dem, was du so tust oder lebt es sich einfach nur ganz gut? Also bei Twitch kriege ich zwar 50 Dollar im Monat, glaube ich jetzt, wo ich es nur hinkriege, nur einmal die Woche was zu machen. Und ich einfach kein guter Promoter meiner eigenen Arbeit hier bin. von daher, 2 zu 1 für so ein Pauli, egal. Von daher, ja, also nein, hier wäre ich sicherlich nicht reich. Mit allem anderen, was ich mache, habe ich sicherlich eine Sache verpasst, in den letzten, in den letzten 20 Jahren hinzubekommen, dass ich für, nicht wenn ich mehr Geld will, mehr arbeiten muss, sondern dass ich mehr Geld kriege für die gleiche Arbeit oder für weniger Arbeit. Das ist so, dass die Kunst hat mir mal jemand erklärt. Das habe ich noch nicht geschafft. Gefühlt arbeite ich so viel wie noch nie in meinem Leben und auch nicht unbedingt. Zum Beispiel jetzt hier mit unserer Triple Threat Show machen wir gar kein Geld. Klar ist Investitionen und das Motto, wenn nochmal ein Sponsor kommt oder so, wie hier jetzt Manscaped, danke Manscaped. Aber am Ende des Tages ist es so, ich kann gut davon leben, aber es ist natürlich alles auch brutto, was reinkommt. Beim wahrsten Sinne des Wortes bin ich nicht reich, sonst wäre da hinten auch keine Ikea-Iva-Regale stehen. Ähm, nee, ich weiß nicht, ob ich jetzt reden muss, aber ich meine, nee, wir fahren eine Familie in Seat. Ich wüsste gar nicht, wie ich reich definieren soll. Wir haben eine Karre, weil meine Frau halt zur Arbeit fahren muss jeden Tag. Bald kriegen wir ein Elektroauto, wenn irgendwo eins kommt. Wir haben ein Haus gekauft in Wolfsburg. Also ich meine, ich wüsste nicht, woran ich es festmachen sollte, dass ich reich bin. ähm, klar, der ganze Bling-Bling geht runter. Das könnte, was könnte vielleicht das Ganze, also ich glaube wirklich, ehrlich gesagt, also jeder Influencer macht mehr Geld als ich. Da, also einfach nur meine Relation, weil einfach, dass ich auch gar nicht, nee, ich sage aber nichts gegen Ivar, egal, ich sage nur, das ist sicherlich nicht das Zeichen für Reichtum. Nee, aber als Journalist, du arbeitest ja quasi in einer alten Welt mit neuen Anforderungen, wo du noch mehr ballern musst eigentlich. Und genau, Reichtum ist relativ. Also ich, das Einzige, wo ich sage, ist das, dass ich sagen muss, ah, das fuckt mich so ein bisschen ab, ist einfach die mangelnde Zeit für Family, für unsere Tochter, etc. Aber, ähm, das ist was, das soll auch besser werden und wann mal, dass man sich da, ähm, dass man da auch ein bisschen mehr Zeit hat. Momentan sind es aber so viele geile Projekte, ähm, dass ich einfach, ähm, ja, das jetzt gerade so suche, noch so durchzuknallen, auch mit dem, mit dem Buch und so, das wird super stressig, Buch und Heft und alles, aber, ähm, ja, nee, ich bin nicht reich, aber ich, äh, ich fühle mich gut. Genau, Gesundheit, ist alles super. Äh, 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 was haben wir denn noch? Äh, äh, Robin Benzing, Patrick Fehmaling versus Franz Wagner sehr Hartenstein. Wer gewinnt? Ähm, also einfach im 2 gegen 2, oder was? Ähm, ich glaube schon Wagner und Hartenstein, ähm, weil ich glaube Wagner hat dann beweglicher als, als Benzing, äh, ähm, Fehmaling ist natürlich einer der unterbewertetsten deutschen Spieler der letzten 20, 30 Jahre, ähm, ist besser als Hartenstein, aber ich glaube, die, die canceln sich so ein bisschen aus, vielleicht bei Franz Wagner und, äh, und Hartenstein. Bei Robert Saber gibt es noch keine Entwicklung, da ist natürlich momentan einfach die, da läuft jetzt halt so die Beweisaufnahme, sag ich mal, ähm, ähm, ja, da muss man abwarten. Jan Gustafsson, das ist der, das ist der Schachttyp, ah ey, wenn ihr bei dem mal irgendwie rumhängt, sag dem bitte mal, dass ich den irgendwann mal nochmal anschreibe, da wollte ich schon länger mal einen Podcast machen. Was mit Jadens Springer los ist, ehrlich gesagt, habe ich da jetzt keine Idee, ehrlich gesagt. Bist du bei NBA-Global-Aktivitäten immer akkreditiert und Backstage? Ähm, also normal, wenn du jetzt auch in L.A., ich hoffe da jetzt für die 5 Spiele, die jetzt da bin, dass ich jedes Mal eine Akkreditierung kriege, gehe ich es einfach auch mal von aus, weil normalerweise klappt es ja nicht immer, das ist wirklich ganz, ganz selten, dass es immer nicht klappt. Ich weiß ja nicht jetzt, wie viele Plätze die jetzt auch zur Verfügung stellen in Covid-Zeiten, aber, ja, generell habe ich mir da jetzt noch in über 20 Jahren einen Ruf aufgebaut durch meine Arbeit, dass ich da auch eine Regel Akkreditierung bekomme, obwohl ich natürlich nicht für die, äh, für die Auflagenstärksten Magaziner arbeite, ganz im Gegenteil. Ähm, 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 Oh, jetzt B2 habe ich ganz schön aufgeholt. Äh, irgendwelche aufmunternden Worte für einen BVB-Fan, ich frage für einen Freund. Alter, ich bin Wolfsburg-Fan, also wenn ihr einer einen aufmuntern sollte, dann vielleicht du mich. Aber aufmunternde Worte, ihr Pong Ratchet ja nicht gekauft, ihr habt ja nur ausgeliehen. Das ist doch ein aufmunterndes Wort, oder? Ähm, Bist du bewusst aktuell weniger? das war das so. DeZone bucht ja seine Experten und ich werde viermal im Monat gebucht. Das ist, äh, jetzt die Saison so, äh, verabredet worden. Deshalb, das ist jetzt nicht, das ist ja nicht meine Entscheidung. Das ist ja von DeZone wen die halt, äh, äh, einsetzen wollen und da mache ich viermal im Monat und das würde jetzt auch monatlich so sein. Ich poste immer dann meine, äh, äh, Einsätze. Heute habe ich es auch wieder gemacht. Nächste Woche, äh, Sonntag auf jeden Fall, 21.30 Uhr bin ich dabei. Ähm, ja. Ist natürlich jetzt weniger dieses Jahr, aber das ist wie gesagt, das ist jetzt so diese, diese Einteilung, die es da jetzt gibt. Ähm, heute ist ein guter Tag. Microsoft will, äh, will MacActive is in Blizzard, upgrade again. Bobby Kotick's Tage sind gezählt, Microsoft Game Pass über den Battle.net wird wirklich auch deutlich angenehmer zu kaufen und zu installieren. Ja, ich bin gespannt. Generell finde ich es natürlich ein bisschen komisch, wenn alle so, ähm, Independent-Leute von den Großen aufgekauft werden. Mal schauen. Ich bin gespannt. Äh, 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 Jimmy Highroller, äh, da habe ich schon mal von gehört, er macht YouTube-Videos, ne, hat ein Video gemacht, in dem er anhand von der Winning Percentage versucht hat, zu beweisen, dass ein Triple-Double-Winning Baseball ist. Was hältst du davon? Ähm, hat er es denn geschafft? Ich kenne das Video nicht, von daher frage ich ganz, ganz offen, wie du das Video siehst. Ähm, äh, ich, also, ich, er hat es geschafft, okay, ähm, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, also, ich wüsste jetzt auch nicht, ich, ich meine klar, wenn irgendwer abliefert, äh, und dominiert, gerade, ähm, ich weiß nicht, ob er es jetzt, hat er es nur auf die aktuellen, letzten paar Jahre bezogen, oder auf die NBA-Geschichte, weil NBA-Geschichte, na klar, wenn du früher Triple-Double-Winning aufgelegt hast, das war so eine seltene Geschichte, klar, hast du dann funktioniert. Ähm, aber, ähm, ich finde sie trotzdem überhöht. Klar, aber du, Triple-Double-Winning hast, das ist ein gutes Spiel gemacht, nur die Frage ist immer, ist es mehr wert, wenn ich 10, 10, 10 mache, oder ich mache 45, 7 und 6, so, ne, und die letzten 10, 15 Jahre, ja, aber auch da, ne, ich habe sie jetzt nicht gesehen, aber, keine Ahnung, kann sein, dass man es belegen kann, aber ich finde es bei solchen, ähm, sag ich mal, ähm, das ist das richtige Wort, dafür jetzt, also so eine ultimativen Aussagen, finde ich immer schwer, wenn ich ehrlich bin. Äh, mein All-Time-Favorite-Voicebook-Spieler, ähm, eigentlich Yosue, Yosue fand ich schon nicht super, unterbewertet, ähm, und, äh, einfach, ja, super solide Weltklasse-Spieler. Wie läuft das, wenn man als Journalist und NBA-Spielen geht, braucht man trotzdem ein Ticket, was passiert, wenn man in der Halle ist? Nö, man braucht kein Ticket, das ist ja die Akkreditierung, also ich kriege dann, ähm, warte mal, das waren jetzt die, die NBA-Finals damals, kann ich jetzt zeigen, jetzt darf man es zeigen, ist ja schon ein paar Jahre her, das ist 2011, mit Haaren noch, ähm, seht ihr, da sind Löcher drin, da oben, da haut man halt dann, also bei den, Finals kriegt man dann so was Festeres, die anderen Sachen kann ich nicht, die sind nicht fest, ähm, also kriege ich eigentlich so ein Zettelchen, steht da drauf, hier André Furt, bla bla bla, normal ist auch kein Foto drauf, das ist jetzt so bei den Finals, was ja für zwei Wochen, dann gilt drei Wochen, ähm, und, ähm, das Ding ist einfach, dann kommt man da hin, also kommt hin, beispielsweise bei den Lakers, so, das heißt, ich weiß, Presseeingang ist, Staple Center, so einmal hinten rum, ich drehe und sage, ja, hallo, ähm, André Vogt, dann sagen, also bei vielen, machen wir nicht alle, äh, dann fragt man, äh, und mal so, ja, Ausweis, sage ich einen Ausweis, ja, okay, dann gucken Sie, hier ist meine, dann geben Sie mir die Akkreditierung, die muss man sich dann meistens, das ist eigentlich meistens so ein Stück Papier, mit, mit so ein bisschen, mit so einem, ja, mit so einem Gummiband, so einer Gummischlaufe, dann kann man das so über einen Gürtel machen, so, dann geht man rein, dann muss man einmal kurz, klar, durch den Scanner, also eine Metallwaffe, etc., und dann im Staple Center ist so, dann gehe ich einfach direkt durch den, oder vielleicht gehe ich durch die Halle rein, da habe ich aber meistens aber keinen Box, dann ich gehe direkt quasi durch so ein, das ist dann so ein Treppenaufgang, so für Lieferanten und sowas, da geht man dann runter, und dann kann man in den, ähm, den Presseraum, habt ihr schon mal mir gesehen, auf, wie heißt das mit den ganzen Fotos, Instagram, und das Geile ist, da ist eine Wand halt komplett, fünf riesige Flatscreens, die da hängen, nähere Tische, so ist es normal, wenn kein Covid, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, und dann hast du halt eine Seite, das kostet, glaube ich, ziemlich teuer in L.A., glaube ich, 20 Dollar, kannst du da essen, auch nicht das Geilste essen, aber okay, kannst du trinken nehmen, Cookies und so, bla, 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 und das Geile ist da halt, dass die dann, manche haben, so eine fette Soft-Eis-Maschine, ist irgendwie auch so ein bisschen dicker, weil die einfach zu oft in L.A. war, und da kannst du einfach da hingehen, das ist ein Traum von jedem kleinen Jungen halt, du kannst dir dann deine, kannst dir dann deine 0,5er, wenn du willst, Pepsi, das sind ja keine Gläser, sondern diese Pappdinger da, und lässt einfach laufen, kannst Schoko, kannst Vanille, ist egal, dann haben die alle möglichen Toppings noch, kannst dir hier raufknallen, kannst dir noch Karamellsoße, also da nimmt man halt 5.000 Kalorien zu sich, vorm Spiel, und in der Halbzeit nochmal, naja, und dann kann man irgendwann in die Kabine gehen, normalerweise, ich weiß, wie es gerade bei Covid ist, wahrscheinlich eher nicht, da kommt einer rumhängt, da kann man ein paar Fragen stellen, in der Regel hängt aber keiner rum vorm Spiel, dann geht man hoch, ja, und geht auf seine, also ich bin natürlich Ausländer, heißt Ausländer, sitzt halt immer unter dem Dach, in der Pressebox, und dann kann man einfach schlechter sehen, also zum Beispiel jetzt die ganzen Leute, die mitkommen auf den Trip, haben bessere Plätze als ich, ja, und dann guckt man da halt zu, und nach dem Spiel kann man in die Kabine gehen, ab einem bestimmten Punkt, man kann zur Presskonferenz gehen von den Trainern, ja, und dann machst du das, das ist so das Prozedere, also die richtig guten Sachen kriegt man in der Regel, wenn es gute Sachen gibt, das ist auch nicht jedes Mal der Fall, beim Training, weil man da halt hingeht, ja, weil, da gibt es dann halt mal eine Einzeltermine, etc., aber ich sage, alles vor Covid, ich weiß, wie es jetzt läuft, ich hoffe, dass es funktioniert, aber ich habe ein paar Anfragen, habe ich ja laufen, macht doch ein React-Video, genau, Buckets, ein React-Video, auf High Roller, genau das müssen wir halt machen, wenn man das hier richtig macht, aber ich mache es halt falsch, wie kam der Name, Gottnext, gestanden, ja, eigentlich, wir wollten ja Five, Gottnext heißen, sagen wir mal, wie auf dem Basseport, auf dem Freiplatz, Gottnext, also ich bin als nächster dran, also wenn ihr in Venice Basseport spielen wollt, da sind ein paar Jungs am Zocken, sagt man halt, hey, who gotnext, dann sagt man, hey, kann ich mit dir mitspielen, wenn die sagen, nobody gotnext, also I gotnext, und dann kannst du mit deiner Crew dann zocken, so, und das war so ein bisschen so die Meta-Ebene, das nächste Magazin, five, bla, 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 dann wurde es halt five, und ich gotnext, aber dafür habe ich einen Podcast und jetzt wieder ein Magazin, die heißen alle gotnext, frag mich, warum da zwei Xe drinstehen, man sieht aus wie Legastheniker, wenn man in den USA fährt, aber aus irgendwelchen Gründen war das damals so, wir waren jung, wir brauchten noch ein X, ja, und ich glaube, jetzt habe ich es alles, oder habe ich etwas vergessen? Ich glaube, das war es. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder, ein paar Abos gab es ja auch, ich drückte schon mal die Credits hier rein, erzähle mir noch ein paar Sachen, während ich hier freue über die Abonnenten, oh ja, heute ein bisschen weniger, aber ist halt so, aber viele neue Follower, da freue ich mich natürlich sehr. Morgen geht es weiter mit Triple Threat dann drüben bei YouTube, wenn jetzt noch sagen wird, okay, jetzt folge ich noch schnell und ich abonniere, gerne noch machen, wie gesagt, war eine Menge coole Fragen dabei, ansonsten, gerade draußen, Magic Part 1 bei Hall of Game, Part 2 kommt, glaube ich, die Woche noch hoffentlich, ja, es habe ich nicht einen Buckets vergessen, machen wir nächste Woche einen mehr, wo ich mal auf dem Buckets streamen, mal gucken, wann ich nochmal reinspreiten kann, in diesem Sinne, schön gute Nacht wünsche ich euch, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.